In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag zur ShishaCast Episode 44, natürlich nicht alleine, sondern mit dem lieben Marvin. Hallo, ich bin der Marvin. Und du bist auch dabei. Ich bin auch dabei. Und zwei Köpfchen haben wir auch dabei. Also Grüße, wir haben eben noch diskutiert, es gab wieder die Frage zum Anfang der Castaufnahme, bei welcher Episode sind wir denn eigentlich. Ich habe gesagt 44, also niemals, Digga. Turns out, yes. Hast recht. 44, sehr nice. Und Episode 43 ist immer noch nicht draußen. Ja, aber vielleicht jetzt schon. Du hättest einfach, das hättest du gar nicht sagen dürfen. Obviously, wenn die Leute diese Folge hören können, ist 43 draußen. Könnt ihr mal bitte ein Obviously und Basically-Counter in die Kommentare schreiben? Das würde mich echt freuen. Obviously ziemlich hoch. Ich denke auch. Was war es? Obviously und? Basically. Oh, Basically. Basically ist eher so dein Ding, ne? Auch du. Du bist bei beiden, ich eher Basically, ja. Du bist Basically-Basically und ich bin Obviously eher bei Obviously. Ich verstehe. Und die Leute mit dem Counter so Bing, 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 Bing. Gut. Willkommen zurück. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Dafür haben wir aber auch eine Menge, eine Menge, Menge Stuff, über den wir reden können. Das stimmt. Post-Messe-Talk. Ganz viele neue Pfeifen, die rausgekommen sind. Ja. Wo fangen wir denn da an? Interessant. Aber ich weiß, wo wir anfangen. Wo fangen wir denn immer an? Bei den Setups natürlich. Natürlich. Was hast du dir rausgesucht? Ich habe die Ion Edition 5 in der Lounge Basic Variante. Weißt du, ich komme mit dem Color, wenn nicht klar. Slate. Slate. Okay. Slate. Und dann habe ich den Mählochkopf von Alpha am Start. mit dem Nacrani, drei Kohlen und als Mix habe ich gebaut, da stand noch ein bisschen was von der Messe von Holster Noir Black Crape. Den habe ich natürlich reingemacht. Dann etwas von dem Berrytail von Hyde und noch einen Hauch von Plurry. Nice. Und ist gut? Sehr, sehr lecker. Nice. Ja, über den Hyde Tabak müssen wir eigentlich auch noch kurz reden. Geist ist gar nicht mehr so geflasht. Ich habe den gestern bekommen, gestern im Stream direkt getestet mit euch zusammen oder mit den Leuten, die auch den Stream gucken. Überragend. Überragend. Also wenn der rauskommt, ins und rein cashen. Ja, ich habe dir ja auch einen Kopf gebaut. Hat geruchlich, also ich habe ja schon probiert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den doch eben ziehen lassen. Sehr, sehr lecker. Ja, ich finde den geisteskrank nice. Und der Snowfall. Snowfall oder Snowflake? Snowfall. Ich habe gestern nämlich mehrfach falsch Snowflake gesagt. Du hast mir nämlich vorhin auch Snowflake gesagt. Ah, na, dann bin ich wieder drauf reingefallen. Nee, Snowfall ist richtig. Okay. Genau, den Snowfall habe ich drin, den Berrytail habe ich drin und den, Red Jam habe ich drin. Genau. Ja. Und überragend. Red Jam soll so eine Erdbeere sein, Berrytail soll ein Bärenmix sein und der Snowfall soll sowas wie Supernova sein. Also einfach nur kalt. Und das Ganze habe ich mir auf der Flashbang angemacht. Und drunter habe ich die Blogger Meet Exclusive Bowl. Die gibt es nur, wie oft gibt es die? Siebenmal? Achtmal? Und fünf? Waren wir fünf Leute? Ali, Janik, Flo und wir beide. Fünf. Genau, fünf und dann zwei zum Verlosen, also siebenmal. Wann es zwei zum Verlosen? Ja, einmal bei dir im Stream und einmal bei Ali und Janik im Stream. Habe ich nicht zwei Verlust? Achso, das weiß ich gar nicht. Also es gibt sieben oder acht von der Bowl. Ist ja jetzt auch nicht so relevant, aber auf jeden Fall kann man die Bowl leider nicht kaufen. An sich fände ich es natürlich cool, wenn man die irgendwann kaufen könnte. Auf der anderen Seite wäre es schade, weil dann gibt es die halt auch nicht nur noch sieben oder acht Mal auf der Welt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die Bowl immer noch so wunderschön. Also das war auch echt ein krasses Ding, als wir die beim Vlogger Meet ausgepackt haben und dann wirklich jeder die ganzen Tage lang mit dieser Bowl geraucht hat. Ja, wir hatten basically, oh, damn, wir hatten alle diese Bowl nonstop an. Ja, aber ist auch wunderschön. Jetzt mal abgesehen von der Messe, Alex, was ist denn seit der letzten Shisha-Cast-Aufnahme bei dir so los gewesen? Ähm, also an sich geht es sogar, beziehungsweise ich kann mich gar nicht mehr so krass daran erinnern, was auf jeden Fall war, ich war mit meiner Freundin in Hamburg unterwegs, haben wir einen kleinen... Stimmt, ich frag den Alex so, ey, fahr mir eine Runde Fahrrad und Alex schickt mir doch ein Bild von Stadtplan Hamburg. Und ich so, okay, maybe kein Radtour. Genau. Ja, nee, und war in Hamburg, da war mal wieder eine Beauty-Messe und da sehe ich... Ah, und der Alex liebt ja seine Beauty-Messe. Da sehe ich mich als... Shisha-Messe who? Ja, da sehe ich mich als Directly Beauty auf jeden Fall. Directly Beauty Germany? Ja. Nee, aber Hamburg an sich, ich war nur einmal besetzt in Hamburg gewesen als Kind und da haben wir gedacht, bietet sich das eh doch perfekt an und haben dann auch am ersten Abend direkt so eine richtig geführte Reeperbahn-Tour gemacht. Einfach nur, weil wir dachten oder weil wir die Empfehlung bekommen haben, macht auf jeden Fall eine geführte Tour, weil es gibt so viel zu erzählen und zu wissen, was ihr so niemals entdecken würdet. Und es war echt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ich war schon, weiß ich nicht, maybe zehnmal in Hamburg oder so. Ah, krass, ja. Und ich habe noch nie eine geführte Reeperbahn-Tour gemacht, aber es klingt nach einer geilen Idee. Ja, war super cool. Ich glaube, das hat pro Person 23 Euro gekostet. Also geht. Für, ich glaube, wir waren von 21 Uhr bis um kurz nach 12 unterwegs. Okay, für drei Stunden. Ja. Zwar nie. Und kostenlos gab es noch Beer und Shots. Ach, gab es auch noch oben drauf? Ja. Ja gut, wenn du das noch dagegen rechnest. Ja. Deswegen, also. Wie viel Bier? Äh, 1,0, 3,3 würde ich das schätzen. Okay. Also war einfach so. Und ein Shot oder was? Zwei Shots, weil wir so eine kleine Gruppe waren. Okay, was kostet ein Shot? Zwei Euro jeweils sind vier Euro und ein Bier kostet nochmal drei Euro sind sieben Euro. Dann hast du noch 15 Euro roundabout. Genau. Ist okay. Haben dann am Ende noch Trinkgeld gegeben, weil der Leo war sehr, sehr nett. Und, ähm, nee, also war super interessant. Haben, sind da wirklich die komplette Reeperbahn einmal durch. Am Anfang ein bisschen Background-Story, so geschichtlich. Bis hin dann zur, zum hier Feiern, Große Freiheit und auch hier Herbertstraße und den ganzen Spaß. Also war sehr, sehr cool. Und dann war Beauty-Messe. Was war das für eine Messe? Ähm, im Endeffekt die, die Clow ist so die größte Beauty-Messe. Also war das die Clow? Jein. Weil die haben, äh, in Hamburg so so House of Clow gemacht. Das ist so ein bisschen mehr, ähm, also die Clow musst du dir so vorstellen, das ist wirklich einfach eine, wie die Shisha-Messe, eine Riesenmesse mit super vielen Brands, die da anstand haben. Und bei Clow ist halt super viel getrimmt auf Verschenken. So ein bisschen wie die Shisha-Messe in Spanien. Du schaffst das. Und, ähm, House of Clow war ein bisschen kleiner und eher so auf die Brands spezialisiert. Das heißt, ich war eher darauf ausgelegt, dass du Sachen probierst, dich beraten lässt und mit den Brands einfach in Kontakt trittst. Für, ich, es gab im Nachhinein, so was ich mitbekommen habe, sehr, 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 viel negatives Feedback von den Leuten. Wieso? Weil du nicht so viel geschenkt bekommen hast? Weil Tickets halt relativ teuer waren, dafür die... Was kostet so ein Ticket? Ich glaube, Originalpreis wären gewesen 96 Euro für ein Tagesticket. What? Mit halt so einem Goodie-Bag im Wert von 270 Euro, ähm, Produktwert drin. Okay, aber das sind dann auch geile Sachen oder das ist so, die schmeißen da alles rein, damit man möglichst viel an... Sowohl als auch. Okay. Genau. Okay. Also, und, also ich finde es schon sehr, sehr teuer und, äh, wir haben die Tickets, glaube ich, auch im Sale irgendwo, weil, die sind die Tickets nicht losgeworden, weil keiner anscheinend so richtig Bock drauf hatte. Ähm, aber Orga war auch nicht so gut, wo ich sagen kann. Das war im Curio-Haus in Hamburg. Das ist keine Messe halt, das ist wirklich so, so, so... Ich hab's gesehen, das sah wirklich so aus, als ob man so, was könnte für Prinzessin gut sein? So den Eindruck hatte ich. Ja, das ist... So die ganzen Beauty-Mädels, wo drauf gehen die ab, wenn du denen Architektur zeigst? Und dann wäre das so genau dieses Ding gewesen. Ja, im Endeffekt war das so eine, ich würde es als große Villa beschreiben, wo dann im Endeffekt so eine kleine Messe reingebaut wurde. An sich ist das eine... Klingt aber geil. Ich finde das auch eine super coole Idee, auch so so, wenn du es auf Shisha ummünzen würdest, fände ich das eigentlich super cool, weil du die Möglichkeit hättest, vielleicht ein bisschen mehr zu probieren, das ein bisschen exklusiver zu gestalten. Ja. Ticketpreise hoch, weniger Besucher, dafür können die, die kommen, mehr probieren. Genau. Fände ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kannst gute Pfeifen probieren, kannst mit den Prants reden. Eigentlich eine super coole Idee. Ja. Orga war halt, es gab halt so, es gab nicht wirklich was geschenkt, das muss man dazu sagen. Da haben sich halt viele drüber abgefuckt. Gut, wenn das halt von der Glow ist und die Leute gewohnt sind, dass sie bei der Glow halt viel geschenkt bekommen, dann macht das auch irgendwie Sinn, dass die Leute das erwarten, aber böse sein kann man denen eigentlich trotzdem nicht. Es wurde halt nichts, nichts wirklich kommuniziert, was ich mitbekommen hab. Und wie gesagt, Orga war halt nicht wirklich gut, weil, musst dir vorstellen, es gab so Workshops und so Panels, wo du halt reingehen konntest, die waren immer meistens so dreiviertel Stunde, Stunde lang. Und es waren halt 16 Sitzplätze, teilweise. 16? Ja. Musst dir vorstellen, da haben sich teilweise Schlangen davor gebildet, weil die Leute da rein wollten, das machen wollten. Und dann wurde so ein Viertel reingelassen und der Rest stand dann immer noch davor, weil es halt voll war. Hä? Ja, das hab ich auch. Was ist das denn? 16 Sitzplätze? Also musst du da nicht, also stellen wir davor, wenn du jetzt eine Messe planst, ja, und du weißt, okay, keine Ahnung, da kommen 5000 Besucher. Wie viele Sitzplätze brauchen wir? Und dann meldet sich diese eine Person und sagt 16. Dann schmeißt du die raus im Fenster. Ja, das hab ich auch nicht gecheckt. Also wer sagte sich denn da, stimmt, 16 klingt gut. Ja, entweder musst du halt mehr Panelräume machen oder musst halt gucken, dass du es besser organisierst. Aber das war schon ein Wieg. Aber ja, ansonsten war es super interessant. Ich finde ja, allgemein mag ich ja Messen. Also ich könnte, glaube ich, auf jede Messe, weil ich einfach so den Hintergrund davon super interessant finde. So Messe-Feeling allgemein ist geil. Ja, Messe-Feeling allgemein ist eh nochmal cool. Und auch so diese anderen Welten, weil ich finde, auf Messen findest du eigentlich immer die Extrema von den Leuten, die das halt machen. Safe. Und deswegen ist es auch super interessant gewesen, einfach da so ein bisschen zu sehen, wie die Leute auch teilweise darauf abgehen. Ja. So in einer Welt, wo du halt gar nicht drin bist eigentlich. Ja, so, keine Ahnung, weißt du, wie bei der Shisha-Messe, Edition 5 kommt aus und wir rennen da alle hin und dann bringt so, weiß nicht, Mac bringt einen neuen Mascara und die sind alle so, holy shit, hast du den neuen Mascara von Mac gesehen? Boah Junge, ich hab mir den eben auf dem Messestand angeguckt, heilige Scheiße, ist der geil. Hey, und wir stehen so nebendran. Ich rauch keinen Traum und Minzen. Aber ja, fühl ich, fühl ich den Punkt, find ich cool. Ne, aber war an sich, war es eigentlich eine coole Erfahrung, wir sind halt super viel rumgelaufen, hast ein bisschen unterhalten mit ein paar Friends. Wie gesagt, fand ich auch wieder interessant. Und ich hab dann natürlich wieder einen richtigen, äh, coolen Spruch gebracht, weil wir waren bei so einer Shampoo-Marke. Irgendwie so High-Class-Shampoo aus Österreich, wo die auch, keine Ahnung, die sind nicht auf der normalen Klau, weil die dafür zu exklusiv sind oder zu klein sind. Kannst du dir vorstellen? Dann kostest du eine Tube Shampoo 30 Euro oder was? So nach dem Motto, genau. Und meine Freundin hat halt mit denen ein bisschen gequatscht. Kenn ich, by the way, nicht das Problem. Machst du Shampoo? Ja, und dann, irgendwann zum Ende des Gesprächs hin, kommt sie so zu mir und meint so, ja, wir haben auch Unisex. Also auch was, was wir Männer benutzen. Und ich sag halt, ja, ich hab halt meinen Fünfen-Eins. Und das hat die ein bisschen geschockt. Das ist so ungefähr, so dieses Level. Wenn du bei der E.ON stehst, du guckst dir so den neuen Nevo an und dann, na Bruder, also ich rauch mit Selbstzünder. Und der Typ dann nur so, aber, 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 ah, 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 ah. Dann kommt der Alex, duscht das 7 in 1, Bruder, kannst du zum Entfetten von Motor, Bremsenscheiben nehmen, kannst du aber auch den Ahnen mitwaschen. Ja, aber es ist halt so. Ja, ja, I get it, aber du weißt ja selbst, was du getan hast. Natürlich weiß ich, was du getan hast. Es ist einfach dieser Person, die wirklich Hoffnung und Motivation genommen. Weißt du, so 10 Jahre lang entwickeln die an einem geilen Shampoo, das wirklich perfekt von der chemischen Zusammensetzung für die Struktur deiner Haare ist. Und der Alex so, oh, ich benutze da ein bisschen Waschpaste. Die hat noch Peeling mit drin. Super. Ja. Die Person einfach innerlich gestorben. So, warum mache ich das überhaupt? Warum gebe ich mir Mühe, gutes Shampoo zu machen? Ja, war auf jeden Fall schön. Ich bin ein bisschen traurig, dass du mir nicht vorher gesagt hast, dass du nach Hamburg gehst, weil ich hätte noch eine sehr geile Empfehlung für dich in Hamburg gehabt. Oh, okay. Und zwar das 20 Up, eine überragende Cocktailbar. Wunderschön, bisschen teurer, im 20. Stock von einem Hotel. Und du kannst aber über den kompletten Hamburger Hafen gucken. Und die haben so, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Meter hohe Glaswände. Ah, da standen wir sogar davor. Echt? Und ihr seid nicht reingegangen? Nee, das war bei der Tour, hat er uns das erzählt. Ach, das ist so geil. Also, wie gesagt, ich war maybe 10 Mal in Hamburg oder so und ich glaube, 8 Mal davon war ich im 20 Up. Das ist so überragend. Ich sag doch ehrlich, wir hätten gar keine Zeit dafür gehabt. Ja. Am ersten Tag war halt... Und dann war noch Eintagmesse oder... Genau, Eintagmesse. Ja. Und am ersten Tag war es eigentlich wirklich nur ankommen, dann kurz ein bisschen selber durch Hamburg laufen, hatten ein Hotel direkt am Hauptbahnhof gehabt, deswegen war das eigentlich super easy, auch mit der Bahn. Und ansonsten, an dem Abend war dann noch die Tour und danach einfach nur ans Bett gefallen. Zweiter Tag war die Messe und danach hatten wir Zeit, was zu machen und wollten eigentlich, das war gleiche Zeit, war noch Hafengeburtstag. Oh, das wäre perfekt gewesen. Hafengeburtstag ist immer Feuerwerk. Ja. Und das Hafengeburtstagsfeuerwerk habe ich schon mal aus dem 20 abgeguckt. Das ist... Das glaube ich, das ist cool. Überragend. Na, auf jeden Fall wollten wir da noch kurz hin, aber das war dann der Sonntag, Tag gewesen. Und da war es leider schon zu spät, da haben wir schon langsam ein bisschen abgebaut und alles. Klar. Und dann haben wir uns da noch entschieden, zum Tempel auf Shisha zu gehen, weil wir wollten... Ich habe ja natürlich wieder Julian und so weiter gefragt, hier Shisha, aber in Hamburg gibt es irgendwas? Schwierig in Hamburg, ne? Alle meinten nur Tempel auf Shisha und ich habe so geguckt, wie weit das weg ist und wäre eine halbe Stunde vom Hotel weg gewesen. Habe ich nochmal nachgefragt, hier gibt es nichts anderes, vielleicht so Zentral, Hauptbahnhof, irgendwas und meint so, geh einfach ins Tempel auf Shisha, der Rest lohnt sich einfach nicht. Habe ich gesagt, okay, dann fahren wir halt hin. War auch gut. War Funnel, HMD, Dark Blend, Meerloch, HMD. Alles da. Alles da? Alles da. Konnte mein Solaris mit Nakrani rauchen, schön Burn-Mix, also super easy. Hammer. Meine Freundin hat auch Funnel, HMD, schöner Mix. Ja, super happy da gewesen, aber war halt eine halbe Stunde Fahrt. Ja, gut. Aber wenn man dann gescheites Setups kriegt, lohnt es sich ja trotzdem. Das stimmt, ja. Also, lieber eine halbe Stunde fahren und was Gescheites rauchen. Ja. Safe. Ja, und dann am nächsten Tag war eigentlich schon einfach nur noch Abfahrt. Ach, Montag seid ihr erst heimgefahren? Genau. Okay, also hattet ihr noch den kompletten Sonntag. Ja, genau. Nice. Das klingt cool. Ja. Was hat dir passiert? Ich hab's ja eben schon basically geforeshadow... Basically. Es gab ja eben schon ein wenig Foreshadowing. Ich hab den Alex gefragt, ob er mit auf ein Fahrradtour kommt. Ich hab mein Rennrad jetzt zwei Jahre und ich hab jetzt nochmal einen komplett neuen Motivationsschub, vor allem durch Flo bekommen, weil er da mit so viel Enthusiasmus drin ist. Flo hat mich auch ein bisschen angestellt, bin auch letztes Mal wieder ein rundes Fahrrad gefahren. Du hast gesehen, dass du nach Seligenstadt gefahren bist und so. Ja, sehr cool. Ja, und ich hab da wieder krass Motivation bekommen, hab mir dann auch jetzt mal Klickpedale geholt und Klickschuhe und so. Hab mich auch einmal schon fast aufs Maul gelegt. Ach so, du hast ja auch neu dann. Und da hast du noch nicht richtig gemault? Ich bin zwei Jahre ohne Klick gefahren und jetzt hab ich mir Klickpedale geholt und ich hab mich zweimal fast gemault. Okay. Einmal war meine Dummheit, zweites Mal war ein bisschen Materialversagen mit drin. Okay. Vielleicht auch meine Dummheit. Beim ersten Mal, da bin ich mit dem Mic gefahren zum Glück und dann, ich klicke nochmal immer links aus und lasse mich dann nach links kippen. Ja. Und das war aber auf einer Schotterpiste und dann bin ich nach rechts gekippt und rechts war ich aber noch eingeklickt und dann kann, oh Gott sei Dank hat der Mike rechts von mir gestanden, weil dann konnte ich mich an Mike abstützen. Der ist dann ganz schnell zu mir und dann hat er mich sozusagen aufgefangen. Kuss Mike. Und beim zweiten Mal war es Materialversagen, weil du hast ja die Schuhe und an den Schuhen sind die Kleeds. Ja. Und die Kleeds sind ja der Part, der eingeklickt wird. Und meine Kleeds sind mit drei Imbusschlüsseln, also mit drei Imbusschrauben unten drin. Und die haben sich aber über eine lange Tour ein bisschen gelockert, sodass sich die Kleeds schon bewegen konnten an den Schuhen. Und das hat bedeutet, dass ich nicht einfach nur so 20 Grad meine Hacke wegdrehen musste, um auszuklicken, sondern ich musste gefühlt mein Bein einmal komplett verdrehen, dass ich rauskomme. Und dann, ich bin mit Timo gefahren und ich war weit vor Timo, weil es gerade einen Anstieg gab und dann wollte ich ranfahren, um auf Timo zu warten. Und dadurch, dass es hoch ging, bin ich halt viel schneller zum Stehen gekommen, als ich dachte. Wollte ausklicken. Ich habe auch daran gedacht und so, aber ich musste mein Bein so weit drehen, dass ich fast nicht rausgekommen bin und dann habe ich mich gerade schon auf den Sturz vorbereitet und in der allerletzten Sekunde bin ich noch rausgekommen. Das war arschknapp. Und danach habe ich auch die Kleeds so fest geballert, wie es nur ging. Ja, ich habe auch kurz mit Flo drüber geredet, weil ich weiß noch, als ich meine Klicks neu hatte, am Anfang denkst du super viel drüber nach und bist aktiv dabei, das rauszuklicken. Aber bei mir war irgendwann der Punkt, wo du das halt vergessen hast, dass du, du denkst nicht mehr dran, dass du die Kleeds so machst. Du machst eine lange Tour, du denkst über alles Mögliche nach, du denkst auch gar nicht über das Stehenbleiben auf Absteigen nach. Ja, vor allem bei mir war es so, ich war halt, wir sind halt durch die Altstadt und Seligenstadt gefahren und da hast du eh andere Gedanken, als sich auf deine Schuhe zu konzentrieren. Und dann kamen wir halt zu einer Kreuzung und ich wollte meinen Fuß einfach nur so abziehen und ich stehe wirklich an der Kreuzung und war einfach dehnt. Scheiße, aber nichts passiert? Nee, nee, nichts passiert. Aber genau davor hatte ich Angst und ich habe die Gefahr anscheinend richtig eingeschätzt, weil ich hatte auch nicht die Sorge, dass man das nicht hinkriegt, während man drüber nachdenkt, sondern ich dachte von Anfang an, die Gefahr ist, dass du dann vergisst beim Anhalten, dass du eingeklickt bist. Aber toi toi toi, bis jetzt habe ich immer dran gedacht. Und mittlerweile würde ich sagen, ist es auch schon gut drinne. Also bis jetzt bin ich nullmal umgefallen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich glaube, bei mir war es zweimal, wo ich wirklich einfach nur umgefallen bin. Zweimal sogar? Ja, zweimal gleicher Fehler gemacht. Ah, scheiße. Aber mittlerweile ist es bei mir einfach drin, dass ich eingeklickt bin. Also mittlerweile ist es einfach so Muscle Memory, dass ich, wenn ich abgehen will, einfach rausklicke und dann. Ich bin auch jetzt die Tage schon echt viele Touren gefahren. Ich hatte eine sehr lange mit einem Kumpel von mir, der sehr viel Rad fährt, der Carsten. Den kenne ich noch von früher. Da haben wir noch, während dem Abi hatten wir denselben Nebenjob. Und da sind wir 55 Kilometer gefahren. Oh, das ist gut. Zwei Stunden 22. Sind wir komplett am Main entlang. Seligenstadt, Hanau, Mühlheim, Offenbach und so. Die ganze Tour. Und da haben wir zwei Stunden 22 gebraucht. Wir haben ein paar kleine Pausen zwischendrin gemacht. Average Speed von 23,2. Und Max Speed 52. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber an einer Stelle sind wir wohl über 50 gefahren. Das war ganz geil. Wie viel fährst du eigentlich mit Akku? Du hast ja E-Bike. Genau, ich habe ein E-Rennrad. Aber das Ding ist ja, E-Bikes in Deutschland sind ja nur bis 25. So, jetzt hatte ich hier ein Average Speed von 23, aber ich hatte letztens auch eine Tour mit 27. Also, das Geile an dem E-Bike ist, also ich habe mir das ja ausgesucht, weil ich mir dachte, okay, dann kann ich entspannt und fix mal ins Büro fahren, ohne zu schwitzen. Oder wenn du mal zum Bäcker willst oder so, kannst du mal ein kurzes Rad nehmen, ohne dass du jetzt ein Workout hast. Du kannst aber auch den Akku- und Motorpart rausnehmen und hast ein komplettes Rennrad. Das ist dann der Antrieb, der unten drin noch, also das Getriebe sitzt dann nur noch drin. Die Kurbelwelle und so. Und der Part bleibt drin und dann ist das Rad maybe 500 Gramm schwerer als ein normales Rad. 500 Gramm auf dem Rennrad ist schon eine Menge, aber an sich ist ein halbes Kilo jetzt nicht so viel. Ich sage mal, da könnte man eher die Kilo, die ich mit mir rumtrage, noch optimieren. Es hilft dir, schneller zu beschleunigen, was geil ist, weil du ziehst halt an der Kreuzung oder so, ziehst du halt einfach davon. Und es hilft mir bei schwierigen Anstiegen und sowas und vielleicht mal bei Waldwegen oder so. Aber ich würde sagen, in der Regel, also früher hatte ich ungefähr ein Strich Akku weg auf 20 Kilometern. Ich habe fünf Striche Akku. Und bei meiner letzten Tour, da muss ich mal kurz aufmachen, ich hatte am Anfang Strava benutzt, jetzt benutze ich Komoot. Das benutzen wohl die meisten Fahrer-Bros, habe ich mir jetzt sagen lassen. Warte mal, Profil, Completed, das war meine letzte Tour. Da hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 27,9. Das heißt, da hat er mir nicht wirklich was geholfen, bin ich 35 Kilometer in einer Stunde 14 gefahren. Und da hatte ich nach 34 Kilometern mit dem Speed, wo ich eigentlich gedacht hätte, gut, da müssten ein bis zwei Striche Akku weg sein, keinen einzigen weg. Ach krass. Also da hat er mir kaum geholfen. Ja, voll gut. Da bin ich auch schön durchgefahren, also habe ich sehr selten angehalten. Also vielleicht dreimal oder so, kurz zum Navigieren. Also der Motor hilft nicht oft, aber wenn er hilft, dann kannst du ihn auch gut gebrauchen. Bei Steigungen kommst du halt schön zügig hoch und beim Anfahren ist es halt geil. Also du bist wieder ein bisschen schneller auf deinem Speed. Aber so beim Fahren selbst mit einem Rennrad hast du ja meistens eine Geschwindigkeit von über 25 kmh. Also auf einer geraden, flachen Strecke fährst du ja mit einem Rennrad nicht irgendwie 22 oder so. Ja, das fahre ich im Mountainbike, fahre ich meinen 20, 22. Ja, Mountainbike hat ja auch gefühlt doppelt so viel Widerstand im Rennrad. Ich habe auf jeden Fall Bock, dass wir mit Flo zusammen eine Tour machen. Flo hat es auch schon gesagt, nur ich habe gesagt, ich werde komplett reinscheißen. Aber für mich ist das auch gar kein Problem. Wir können zum Beispiel noch einen Aljoscha mitnehmen und der hat ja auch ein normales Trekking-Bike. Stimmt, ja. Und der fährt glaube ich auch so einen 20er-Schnitt oder so. Also für mich ist das absolut cool, dann chill ich halt ein bisschen ohne Akku. Ja, an sich auch, können wir das auf jeden Fall machen. Also ich werde dabei und für mich ist es auch kein Problem, wenn wir ein bisschen langsamer fahren. Dann ist es halt eher ein gemütlicher Ausflug. Und wenn ihr irgendwann sagen solltet, so jetzt bin ich platt, dann kann ich mir ja immer noch geben und mache nochmal einen 10-Kilometer-Sprint oder sowas. Also für mich wäre das absolut in Ordnung. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du auch so 50er-Kilometer-Strecken magst, was ich super gerne fahre. Ich würde sagen, mit dem Mountainbike ist 50 Kilometer als einen Tour so mein Max. Und von Seelingsstadt aus am Main lang nach Aschaffenburg. Ja, ich bin jetzt in die andere Richtung gefahren, aber ich will auf jeden Fall auch nochmal runter. Ja, Aschaffenburg ist echt super schön. Vor allem da ist auch im Sommer immer so ein bisschen was aufgebaut, so ein kleiner Getränkewagen und so weiter. Das ist echt cool da unten. Geil, dann kannst du ja unten noch einen Radler reinballern und dann wieder weiter. Ja, nice. Ja, sehe ich mich, sehe ich mich. Ich bin auch wirklich geisteskrank motiviert, was Radfahren angeht. Wirklich geisteskrank motiviert. Also ich will auf jeden Fall demnächst meinen ersten Hunderter fahren. Okay. Und ich will Bikepacking machen. Kennst du Bikepacking? Nee. Das ist wie Backpacking. Ja. Nur, dass du keinen Backpack packst, sondern du dein Bike packst. Das heißt, du packst einen Schlafsack ein, ein Zelt ein, einen kleinen Kulturbeutel ein und du fährst, du zeltest, du fährst, du zeltest, du fährst, du zeltest. Wie weit willst du das? Also hast du ja schon irgendwas vorgenommen? Ich teaser jetzt was, was ich noch nicht geteasert habe. Aber ich will mit Carsten und Sandro ans Meer nach Holland fahren. Mit IRL-Stream. Das wird noch lange dauern. Ich habe das extra noch nicht gesagt im Stream und so, weil dann geht ihr mir wieder auf den Sack mit, wann kommt das endlich, wann kommt das endlich. Ich weiß noch nicht, wann es kommt. Kann sein, dass es erst Ende Sommer kommt. Anfang Herbst maybe. Weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt, weil in fünf Wochen ist Shisha-Messe in Spanien, wo wir hinwollen. Und ich habe noch super viel zu tun von der Messe mit einem Stuff, der rausgekommen ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt demnächst noch hinbekommen. Ich werde mir jetzt demnächst mal die Ausrüstung holen und dann werde ich erst mal mit Carsten zusammen einen Ein-Tages-Trip an den Gedersee, Gerdasee, Edersee, irgendwie sowas machen. Der ist 80 Kilometer von uns. Dann 80 Kilometer an einem Tag hin, eine nach Zelten und wieder zurück. Das wird unsere Testroute. Und wenn das klappt, dann machen wir wahrscheinlich von Köln aus ans Meer nach Holland. Das sind ungefähr 300 Kilometer. Wenn wir wirklich 100 Kilometer fahren am Tag, dann brauchen wir zwei Nächte. Und dann frage ich meinen Dad, ob er uns mit dem Bus in Holland abholt. Das wäre mega krass. Das wäre so der aktuelle Plan. Ich gucke da auch gerade ganz viele Videos zu von Equipment, was es gibt, über Leute, die Touren fahren. Weil zum Beispiel Fritz Meinecke kennt ja jetzt jeder. Daran hat es mich erinnert. Der hat ja schon mehrere Touren gemacht. Ja, einmal nach Istanbul. Genau, nach Asien, also direkt bis zum Anfang vom asiatischen Kontinent und all so Sachen. Und noch eine. Ja, ich glaube Litauen oder sowas hat er noch gemacht, hoch Nordosten. Das war auch sehr, sehr geil. Das hat auch richtig Spaß gemacht anzugucken. Ja, und sowas würde ich auch machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Einfach ein paar Jungs, Bikes und dann einfach rumfahren. Habe ich wirklich übertrieben Bock drauf. Würde ich unbedingt ausprobieren. Aber da brauche ich noch ein bisschen Training für, weil bis jetzt bin ich nur 50er gefahren. Also 55, also es stimmt nicht, ich bin einmal in meinem Leben auf einem scheiß Herrenrad, also so ein Tracking-Bike, bin ich eine 80-Kilometer-Tour gefahren. Das ist aber auch einige Jahre her. Carsten, mein Fahrrad-Buddy, war so, Marvin, ich fahre eine Fahrrad-Tour am Vatertag. Willst du mit? Und ich so, ja, bin ich dabei, aber ich habe kein Fahrrad. Er so, ich habe ein Fahrrad, ich habe ein Fahrrad. Er so, okay, gut, dann habe ich mir das Fahrrad angeguckt und dann war das so ein stinknormales, was so dein Opa fahren würde, weißt du? So ein Fahrrad. Aber wir sind die 80 Kilometer damit gefahren. Ich bin sogar an einigen von diesen, weißt du, ich so normale kurze Hose, T-Shirt, Herren-Bike und dann war da so diese klassischen Fahrrad-Bros, diese engen Trikots, Fahrradhose, Fahrrad-Jersey, der Aero-Helm, die Sonnenbrille, volles Programm und ich fahre da so mit meinem Herrenrad dran vorbei. Es war so geil. Es war so geil. Aber da bin ich einmal eine 80-Kilometer-Tour gefahren. Aber ich werde mich da jetzt langsam hochtasten und werde das fleißig trainieren. Also ich glaube, ich habe jetzt in der letzten Woche bestimmt 250, 200, 250 Kilometer habe ich gerissen jetzt. Ja, in den letzten paar Tagen. Viel gefahren. Das ist echt sehr viel. Sehr viel gefahren. Und jetzt hält mich auch nur das Wetter ab, weil bei uns regnet es basically. Obviously, ja. Obviously die ganze Zeit. Aber ich habe Bock. Ich habe richtig, richtig Bock. Das könnte auch ein sehr, sehr geiles Event werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin richtig halb. Ich habe dann mit Carsten, also mir kam die Idee, dann habe ich mit Carsten drüber geredet und dann war ich so, ich will, dass Sandro dabei ist. Und dann frage ich so, Sandro, bist du dabei? Erzähl ihm kurz die Idee und Sandro so, ja, bin dabei. Wollen wir es in der Schweiz machen? Auf gar keinen Fall, Digga. Niemals. Auf gar keinen Fall hast du dir mal die Schweiz angeguckt, Junge. Ihr habt nur fucking Berge. Nur Berge, ja. Und vor allem jeder Berg in der Schweiz direkt 15.000 Meter hoch. Nein. Wir machen es nicht in der Schweiz, Digga. Wir fahren nach Holland, da ist alles flach. Alpenüberquerung könnte ich auch machen. Ja, aber no joke, sowas kann man dann halt irgendwann mal maybe machen. Aber bestimmt nicht als erste Test-Bikepacking-Tour durch die fucking Alpen in der Schweiz, Junge. Was ist mit dem? Wie stellt ihr sich das vor, Junge? Ich würde 300 Meter hochfahren, würde umfallen. So, viel Spaß, ich rauche jetzt hier mal ein Pfeif hier. Ja, natürlich, ne? Also, eine Travel-Pfeife wird natürlich eingepackt. Ich muss sagen, ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr auch... Der Plan ist natürlich, Frühstücksköpfchen, erste Etappe, Mittagsköpfchen, nächste Etappe, Lager aufbauen, Gute-Nacht-Köpfchen, schlafen, weiter. Maybe muss man Frühstücksköpfchen streichen, weil 100 Kilometer, überleg mal, wenn du 20 fährst im Schnitt, brauchst du 5 Stunden auf dem Bike. Das ist schon eine ganze Menge, die du durchstrampeln musst. Dann musst du halt auch konstant Tempo halten. Ja, 20 Durchschnitts-Speed auf so eine Strecke, das ist schon was. Ich habe letztens ein Video von so zwei Jungs gesehen, die wollten Mallorca an einem Tag umrunden. Das sind 400 Kilometer. Die mussten bei 320 abbrechen, weil sie nicht mehr konnten. Aber Digga, wie kommt man noch... 80 Kilometer davor. 80 Kilometer davor. Aber die waren am Ende, die waren komplett am Ende. Das glaube ich, das sind 320 Kilometer. Die sind morgens um sechs losgefahren und sind dann irgendwann um elf Uhr oder so haben die abgebrochen. Oh, shit. Aber imagine. Und das waren irgendwie 5000 Höhenmeter dazwischen, ne? 5000 Höhenmeter? Insgesamt. Das ist schon... Also 400 Kilometer, 5000 Höhenmeter. Boah. Heilige Scheiße. An einem Tag wollten die das machen. Geisteskrank. Ey, ich suchte gerade richtig Bike-YouTube durch. Ich merke es, ja. Ja, ich bin drin. Ich bin... Nadel steckt. Ich bin einfach drin. Ich bin jetzt ein Fahrrad-Bro. Aber ich versuche nicht, einer von diesen anstrengenden Fahrrad-Bros zu sein, die dann auf der Straße fahren. So, nein, der Radweg hat drei Noppenwellen da drin. Das geht nicht. Das sind auch die Leute, die am meisten abfucken. Ja. Das ist richtig schön. Dann so binden in der Straße fahren. Und ist noch was cooles passiert. Auf meiner Tour letztens, die schnelle 35er-Runde, bin ich in so einen Kreisel gefahren. Da gab es leider wirklich gerade keinen Radweg. Und dann bin ich im Kreisel gefahren. Und ich hatte so einen Speed noch drauf. Ich war bestimmt so 35 oder so. Und im Kreisel war ein Auto-Auto, Motorrad war hinten. Und ich bin im Kreisel so schnell gewesen, dass ich neben dem Motorrad war. Der guckt mich so an. So, ey Junge, schneller, komm reintreten, ja. Turns out, war ein Follower. Ernsthaft? Ja, war ein Follower. Der hat mir da noch geschrieben. By the way, das auf dem Motorrad war ich heute. Ach, wie cool. Ja. War richtig wild. Gut. Genug über Fahrräder und Beauty-Messen. Also, wer das hier noch Shisha-Cars nennt, der hat... Weiß ich auch nicht mehr. Obvi ist der Beauty-Bike-Cast. Dann mach du doch weiter. Wollen wir langsam zum eigentlichen Thema der Shisha-Messe kommen? Ja. Shisha-Messe. Erstmal, ich muss damit anfangen. Shisha-Messe. Ich hab's nicht geschafft, einen einzigen Kopf an deinem Stand zu rauchen. Das war richtig set. Vor allem der Grund dafür war, ich muss dir vorstellen, ich natürlich smart gewesen, aber ich dachte, ich wär smart. Dass ich mit Sandro am Freitag so ein bisschen rumgelaufen bin, wo wir gesagt haben, komm, bevor es voll wird, setzen wir uns zum Marvin an den Stand und rauchen da erstmal eine Pfeife. So. Alles wie gehabt, Stand war noch nicht voll. Wir hatten alles, wir hatten eine Bestellung aufgegeben. Also Sandro hat ja mehrere Köpfe bei mir geraucht. Auf jeden Fall haben wir uns hingesetzt, wollten gerade so, ich, ich, meine Kohle liegt, ich wollte gerade so den Schlauch in die Hand nehmen, ruft mich Mo an. Es war, äh, zwölf Uhr zehn. Ich geh dran und er so, Alex, kommst du gleich rüber? Dann guck ich so meinen Kalender. Ich hatte mir für Samstag zwölf Uhr den Termin bei Aeon reingesetzt. Der war aber Freitag zwölf Uhr. Ah, perfekt. Das heißt, ich bin dann erstmal, ohne einen Zug zu nehmen, aufgestanden und zum Aeon stand gerannt. Und seitdem hab ich's dann nicht mehr geschafft, den Kopf bei dir zu rauchen. Weil dann war's jedes Mal, wenn ich vorbeigelaufen bin, einfach durchgehend full. Aber du hättest doch in die VIP-Ecke gehen können. Ja, ich hab mich da immer so schlecht gefühlt, dass ich mich dann... Ja gut, dann bist du selbst schuld. Dann bist du auch einfach in so einem Kopf. Ja. Also der Sandro ist wie oft, ist der da hinten rein. Aber der hat auch ein paar Dollar in die Donationkasse geschmissen. Und ein Fuffi. Schweizer. Schweizer. Ich hab ihn dann gefragt, du weißt, dass das in Deutschland viel Geld ist, ja? Also bei uns ist Trinkgeld's nochmal. Super. Super Trinkgeld, super. Ich sag ja Schweizer einfach. Also hast du keinen Kopf bei mir geraucht? Leider nicht. Leider nicht. Ich glaub, wir machen aber eh nochmal eine Special-Folge über, wie ist das Aussteller zu sein. Ein bisschen Background-Infos zu Aufbau, Abbau, Hintergrund, was ausstellt. Planung, was muss man beachten, was muss man als Aussteller alles wissen und so. Also nicht, was muss man als Aussteller alles wissen. Ich bin jetzt kein Profi-Aussteller, aber ich glaub, das könnte trotzdem ein interessantes Thema sein, wenn wir mal ein bisschen drüber reden, wie das hinter den Kulissen von der Messe so ist. Weil das haben wir selten mitbekommen. Maybe am Rande immer ein bisschen. Ja gut, ich war letztes Jahr schon sehr involviert bei Squeeze. Habe ich ja schon viel gemacht, deswegen kann ich da denke ich auch ein bisschen. Aber mit der Planung, mit dem Backend, mit Aufbau. Ja, da kommen wir auf jeden Fall. Ne, also ich glaub, das könnte noch interessant sein, deswegen gehen wir heute nicht so krass drauf ein. Es sei nur kurz gesagt, Kuss an jeden, der vorbeigekommen ist. Das war absolut überwältigend, diese Massen an Menschen vor dem SWG-Stand zu sehen. Kuss an das Team, ohne dass das absolut nicht möglich gewesen wäre. Und das war einfach eine absolut geile Experience und wir haben schon gesagt, also das Team ist fucking hyped, ich bin fucking hyped. Und wenn die Messe nächstes Jahr wieder mitspielt, machen wir das nochmal. Ja, habe ich mir fast gedacht. Also es war, ich konnte Sonntagabend nicht mehr laufen. Ich bin wirklich rumgehumpelt. Also meine Beine hatten einfach keinen Bock mehr. Meine Knie waren durch, meine Füße waren durch, alles war am Ende. Aber es war trotzdem geil. Es war wie so dieses geile Gefühl nach einem übertrieben krassen Workout. Nur in extrem. Es sah auch sehr, sehr krank aus. Und auch was, was er da hingezaubert hat. Aber dann nächstes Mal. Nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal. Foreshadowing. Dann vielleicht erstmal die Frage, ganz allgemein, wie fandst du die Messe? Geil. Ich fand's geil. Okay. Ich hatte auch gestern noch eine Fragerunde auf Insta gemacht, weil ich hatte das Messevideo hochgeladen und dann waren sehr viele negative Stimmen unter dem Video. Sehr viele negative Stimmen. Warum ist da Vape dabei? Warum ist da Hanfmesse dabei? Es war viel zu voll am Samstagmittag. Und also Sachen, wenn ich denke mir so, also Punkt Nummer 1. Hanfmesse, Vape-Messe. Schon immer dabei. Shisha-Messe ist 10 Jahre alt, immer dabei. Ich glaube, Hanf war, glaube ich, erst seit diesem Jahr dabei. Nee. Sicher? Ja. Weil letztes Jahr war die Hanfmesse noch extra in der Messe gewesen. Es gab mal verschiedene Hallen. Es gab auch mal erster Stock, zweiter Stock. Stimmt, ja, ja. Aber schon seit Anbeginn der Zeit ist bei der Planung von der Shisha-Messe Vaporfair, Shisha-Messe und Hanfair. Immer. Vapet so 100 Prozent. Die drei, die sind schon immer Hand in Hand. Das Ding ist, normal war die Shisha-Messe immer der größte Part. Und es ist auch immer noch der größte Part. Aber im Vergleich zu letztem Jahr ist Vape und Hemp mehr geworden. So, da frage ich mich jetzt aber, die Leute haben gebunkert. Die Leute kaufen aktuell kaum Pfeifen. Das heißt, die Shisha-Hersteller, die Händler verdienen weniger Geld als letztes Jahr. Und die Leute erwarten trotzdem. Und dann schmeißt noch jeder diesen Einweg-Vape-Herstellern das ganze Geld in Rachen. Und dann sind die aber so, ja, schmutz, dass da mehr Vape war und weniger Shisha. Ja, du kleiner Bastard, was hast du denn erwartet? Ja, natürlich. Weißt du, du heulst nur rum, dass du dir jetzt nichts mehr kaufen willst, weil alles teurer wird. Aber du erwartest, dass die Marken 300.000 Euro auf der Messe droppen. Dafür, dass du dann da hingehen kannst und dich eh nur beschwerst. Ja. Also, ich finde es geisteskrank ungerechtfertigt. Ich finde es geradezu asozial. Das Ding ist halt... Auch diese Beschwerde, Samstagmittag auf einer B2C-Messe ist voll. Nee. Die haben dir keine eigene Pfeife dahingestellt. Das ist ja ein Schmutz, Digga. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Nee, das Ding ist, also, das verstehe ich gar nicht, weil Samstag war schon immer, seitdem ich auf der Messe bin, der vollste Tag. Immer geisteskrank voll. Ja. Weißt du, du sagst davor tausendmal, komm Sonntag, Samstag ist geisteskrank voll. Leute kommen Samstag und sagen, ja, aber geisteskrank voll war scheiße. Du Hurensohn. Du Elender, Alter. Wirklich. Das ist wie so ein Kind, dem du sagst, die Herdplatte ist heiß und was macht das Kind? Schön die Hand drauf und dann rumheulen. Ja, sorry, dann bist du auch einfach dumm. Ich bin geisteskrank getriggert von dem Thema. Ich merke es, ja. Geisteskrank getriggert. Das ist wirklich zu ignorant, um seine eigene Dummheit zu merken. Ja, den Punkt verstehe ich gar nicht. Den anderen Punkt mit, es war sehr, sehr viel Vape und Hamfter, kann ich relaten, aber es war für mich persönlich, war es auf jeden Fall abzusehen, dass es so sein wird, wie es ist. Genau. Wenn du uns jetzt fragen würdest, wäre es dir lieber, wenn es mehr Shisha gewesen wäre, obviously ja. Obviously? Wenn du das immer wieder holst, dann zählt das sogar zweimal. Nee, ne, aber wenn du uns gefragt hättest, wäre es uns natürlich lieber, wenn es mehr Shisha gewesen wäre. Aber wenn man den Markt realistisch betrachtet, dann ist es leider obvious, zählt nicht, ist es obvious, dass den Leuten das Geld dafür fehlt. Ja, natürlich. So eine Messe ist insane teuer. Und dann noch Leute zu haben, die sich beschweren, dass wenig verschenkt wurde und so, Digga, wirklich, ein Messestand ist geisteskrank teuer. Da musst du noch für das Team, musst du Unterkunft, Anfahrt, Verpflegung und alles besorgen. Du musst noch den Messebau bezahlen, du musst noch das ganze Zeug dahin stellen, was die Leute kostenlos konsumieren können. Nicht mal auf Geschenke, aber was glaubst du, was an Tabak an so einer Messe durchgeht. Und dann droppen die da 300k, 300.000 Euro, manche wahrscheinlich noch weitaus mehr, aber manche bestimmt auch weniger. So ist es nicht, weil manche Messestände kosten wahrscheinlich nur 20.000 oder so, mit allem drum und dran. Aber dann noch diese Beschwerden zu haben, ich finde es wirklich frech. Und vor allem in einem Jahr, wo wir so viele Neuerungen auf der Shisha-Messe hatten, wie schon ewig nicht mehr. Normal wird mittlerweile alles über Social Media angekündigt. Und dieses Jahr auf der Messe hatten wir nicht nur einen super wichtigen Shisha-Release, den es Messe-Exklusiv sozusagen gab, wo es vorher nur einen kleinen Teaser auf Social Media gab. Es gab auch super viele neue Pfeifen vor der Messe, die man dann alle auf der Messe testen konnte. Und dann kommen Leute und sagen, ja, war jetzt nicht so die Innovation. Bruder, was? Wir haben den ersten Marktreifen eHMD, wir haben die Edition 5, wir haben die Flashbang, die Future konnte man testen, die Ultimate konnte man testen. Wir haben aus dem Nichts zwei neue Tabakmarken bekommen. Einmal in diesem Kohlestand, wie hieß das nochmal? Crown, genau. Dann High-Tobacco, den ich überragend finde. Moment, ich hab's doch extra auf Fokus gemacht. Fokus, Fokus. Weißt du, dann haben wir High-Tobacco, wir haben Crown-Tobacco, Kismet hat neue Sorten, Theo hat neue Sorten, Rewoshi hat sein Darkblend vorgestellt und ich irgendwie so, was wollt ihr denn noch? Was soll sich denn ändern? Soll die scheiß Pfeife fliegen können oder was? Ja, das hab ich mich auch gefällt. Was man sich erwartet an Innovation, wenn man sagt, dass diese Messe ein Reinfall war, verstehe ich nicht. Oder was? Ja. Lüge. Also ich mein, dieses Thema von wegen, es wird alles auf Social Media vorher gepostet. Und es ist halt so, ganz ehrlich, wie hyped war ich drauf, das... War ja dieses Jahr nicht mal so. Genau, deswegen, wie hyped war ich drauf, mal die Edition 5 am Eonstand zu sehen, weil es die davor nicht auf Social Media gab. Wir hatten auch beide keine davor, das war das erste Mal, dass ich die gesehen, geraucht und mir vorgestellt wurde. Also ich hatte mal ein paar Prototypen bei Eon kurz rauchen können. Aber das Modell, so wie es jetzt dasteht, hab ich so... Wir wussten nicht, was ist drinne, welche Farben gibt es, welche Feature haben es in das finale Modell geschafft und, 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 und. Genau. Also auch für uns war es das erste Mal auf der Messe, dass wir die fertige Edition 5 gesehen und geraucht haben. Also, war es Samstag voll? Ja. Ist es jedes Jahr Samstag voll? Und sagen wir das dauerhaft? Ja. Haben die Shisha-Ersteller dieses Jahr ein bisschen weniger Geld? Ja. Seid ihr Dummköp... Warte, warte. Von euch sind bestimmt nicht so viele Dummköpfe, aber wie viele Vollidioten stecken gerade wirklich monatlich hunderte Euro in diese Drecks Einweg-Vapes? Und dann aber zu sagen, ja, Schmutz, dass die einen größeren Stand haben. Ja, Bruder. Wenn die sich dumm und dämlich verdienen, natürlich, dann können die halt auch einfach mal 300, 500 K für einen fetten Messestand ausgeben. Und juckt die nicht? Also, dabei muss man ja auch noch betrachten, wenn man es ein bisschen weiterspinnt, wofür ist eine Messe da? Also, warum sollte sich jetzt ein etablierter Hersteller im Shisha-Markt nochmal den Aufwand, also allein den Aufwand für eine Messe machen, plus das Geld ausgeben für eine Messe, wenn ihn eh schon jeder kennt? Oder wenn eh jeder schon den Tabak oder was weiß ich. Der viel wichtigere Punkt ist, Messe für Hersteller ist fast immer Geld verbrennen. Also, ich glaube, maybe 10% der Stände verdienen Geld auf der Messe. Und das sind dann die ganz kleinen Stände, die nur zum Verkaufen da sind. Aber Stände wie Mose, Emotion, Aeon, die werden alle kein Geld mit dieser Messe verdienen. Das ist ein reines Marketing-Budget. Die verbrennen da Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Euro an Geld, damit sie euch dann eine Show bieten können, damit ihr die Produkte live testen könnt. Und dann ist irgendein Dude da, der sagt, ja, der Kopf war jetzt nicht perfekt an, war schon Schmutz. Ganz ehrlich, bei dem Feedback und dem Geld, was man reinstecken muss, würde es mich nicht wundern, wenn nächstes Jahr noch weniger da sind. Wenn das keiner zu schätzen weiß, wenn keiner versteht, was da für eine Arbeit hinten dran steht, wenn keiner versteht, wie viel Geld das für diese Marken ist, was sie da einfach verbrennen, damit die euch dann eine Show liefern können und dass da nur so negative Stimmen unter dem Video sind, dann würde es mich nicht wundern, wenn das weiter den Bach runter geht. Und wenn die Leute sich einfach mal drauf besinnen, ein bisschen was zu probieren, ein bisschen was zu sehen, eine coole Zeit mit der Shisha-Community zu verbringen, mit Leuten da zu sein, die dasselbe Hobby teilen, die sich die Mühe machen, nach Frankfurt zu kommen für die Shisha-Messe. Wenn das mal in den Köpfen ankommen würde, dass das der Hauptpart einer Messe ist, dann wären wir deutlich besser dran. Ja, das auch zurück zum Punkt zu kommen, wo ich gerade aufgehört habe. Entschuldigung. Nee, im Endeffekt, so dieses Vape-Game, dieses Einweg-Vape-Gedöns, ist halt auch erst seit einem Jahr, obwohl das so präsent ist, ist erst seit einem Jahr so extrem relevant. Natürlich wollen die einen Stand auf der Messe haben, natürlich wollen die auch stellen, Marketing betreiben, dass die Leute ihre Vape kaufen bei dem Ausmaß, was es mittlerweile an Schmutz-Vapes gibt. Und auch, dass die die verschenken? Ja. Direkt, wenn du reingekommen bist, hast du ja so Vapes in die Hand gedrückt gekommen. Ja, mein Bruder kam... Mit Tabak darfst du es nicht machen. Mein Bruder kam auf die Messe, hat erst mal gesagt, ich habe jetzt schon zwei Einweg-Vapes. Ja. So, natürlich wollen die einen Messestand da haben und das ist auch... Und die haben halt auch das Budget. Genau. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn es halt so ist, wie es ist, aber im Endeffekt kann man sich trotzdem, finde ich, bei der Auswahl an Shisha- und Tabakmarken, die da waren, und an Innovationen, was gebracht wurde, eigentlich nicht beschweren. Finde ich auch. Finde ich auch. Gut. Weg von den negativen Gedanken. Meiner Meinung nach, so ziemlich alle negative Stimmen, komplett ungerechtfertigt. Wir hatten eine schöne Messe, es gab keine negativen Zwischenfälle, was die letzten Jahre auch nicht selbstverständlich war. Es gab schon Schlägereien, es gab schon Aktionen, wo Sachen verschenkt wurden und jemand ein Kilo Kohle gegen den Kopf geworfen bekommen hat. Eigentlich netter Gedanke, Kohle schmeißen und die Leute fangen lassen, dann haben die das. Vielleicht nicht so gut, wenn derjenige nicht aufpasst und dann ein Kilo Kohle am Kopf hängen hat. Aber es gab immer mal so negative Zwischenfälle, aber ich habe dieses Jahr von nichts mitbekommen, wo irgendwas Negatives passiert ist. Ein negativer Punkt noch, die Schlange draußen. Das ist jedes Jahr eine Katastrophe. Das ist aber auch ganz wichtig, dass ihr versteht, das hat nichts mit Shisha-Messe zu tun. Das sind Mitarbeiter Messe Frankfurt. Die Shisha-Messe kann da nichts dafür. Wenn die das ändern könnten, würden die das ändern. Aber die Messe Frankfurt sagt, wir machen das, so wie wir das immer machen. Das Problem daran ist, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ja, genau wie die Parkplätze für die Aussteller. Ja. Aber dieses Jahr bin ich extra zwei Stunden vorher oder sowas angefahren, weil ich letztes Jahr über eine Stunde da im Stau... Ich glaube, du standst auch im Stau? Letztes Jahr, dieses Jahr nicht. Ja genau, letztes Jahr war absoluter Hunger. Ich finde, das war... Also dieses Jahr hatte ich keine Probleme mit Parken. Nee, dieses Jahr auch. Aber ich bin extra auch jedes Mal zwei Stunden früher gekommen, dass ich nicht dieses Problem haben werde. Ja. Same. Öffnungszeiten waren dieses Jahr anders. Ja. 11 bis 19 Uhr statt 10 bis 18 Uhr. Fand ich sehr geil, weil es in meinem Schlafrhythmus einfach besser liegt. Zu 100 Prozent. Ja. Also das war ganz cool. Aber kommen wir mal zu den Neuheiten von der Messe. Ja. Also. Die erste haben wir eben schon mehrfach angesprochen. Hi Tobacco. Ich habe gestern den Tabak bekommen. Ich hatte die Chance, den bei dem... Bei demjenigen, der den importieren wird, schon vorab erwerben zu können. Und habe mir da einmal fast jede Sorte. Es gab noch nicht alle. Das waren noch nicht alle da. Aber einige Sorten schon von gezogen. Und jetzt rauche ich gerade den Berrytail, den Red Jam und den Snowfall. Der Snowfall ist einfach ein Supernova. Supernova war ja vor TPD geisteskrank. Wirklich geisteskrank. Du hast gefühlt drei Flocken mit in deinen Kopf gelegt und du hattest Arktis. Der Snowfall ist nicht ganz so krass, aber er ist deutlich, deutlich besser als der Supernova nach TPD. Ja. Und das ist für mich das Wichtige. Ich hatte den jetzt in jedem Kopf, seit ich die Dose aufgemacht habe, hatte ich in jedem Kopf ein bisschen Snowfall mit drin. Und auch super angenehm. Also ich habe ja selber mal probiert, es ist super angenehm zu rauchen. Du hast ein richtig schönes, frisches Gefühl im Mund. Du hast wie so ein Airwave in deiner Lunge. Es ist geil. Also Snowfall, richtig, richtig nice geworden. Und auch die anderen Sorten, Berrytail, Red Jam, also die, die ich bis jetzt probiert habe, überragend. Ja. Und auch ausgefallene Dinge dabei. Ja. Es gibt zum Beispiel den Orange 4. Das ist ein Orange-Nadel-Tabak. Also sowas wie ein Orange-Tabak gemixt mit einem Needles-Tabak. Und der war tatsächlich auch gut, obwohl ich normal weder Needles noch Orange mag. Deswegen hat er mich auch krass überrascht. Also allein High-Tabak schon eine absolute Überraschung auf der Messe gewesen. Ich bin da einfach für das Messe-Video rumgelaufen, bin da an dem Stand. Ich so, was ist denn High? Komm, probierst du mal. Super netter Typ an dem Stand gewesen. Absolut überragend. Sehr, sehr nice. Ja, sehr cool. Ja. Wie fandst du den? Ich muss sagen, ich habe einmal kurz probiert und das fand ich nicht so lecker. Aber... Das war eine komische Sorte, ne? Irgendwas Zitronenlastiges. Ich mag ja eh schon keine Zitrone. Die anderen Pfeifen waren eher so nicht an. In dem Moment... Es ist auch sehr schwer, auf der Messe das so zu managen, dass alle Pfeifen immer auf dem Stand am Start sind. Aber umso mehr freut es mich, dass ich hier kurz auf jeden Fall mal durchgerochen habe und auch bei dir probiert habe. Ich freue mich sehr auf den Tablet. Ja, also... Also... Man muss vielleicht noch dazu sagen, es gibt eine Virginia Line und eine Dark Blend Line. Also es gibt Flavor als Dark Blend sowohl als auch als Virginia. Genau. Kommt natürlich nur in 25 Gramm. Natürlich. Und sowohl Virginia als auch Dark Blend kosten 4,90 Euro. Ja. Also in 5er. Ja. Wenn du dann zwei Köpfe aus einem Popo rausholst oder so, 2,50 Euro pro Kopf, bisschen teurer als früher. Ja. Aber... Damit müssen wir einfach leben. Wir haben es in Deutschland, also wenn du es dir umrechnest, dass du mit einem Popo oder sagen wir mal mit einem Low Load kannst du zwei Köpfe rausholen. 2,50 Euro pro Kopf ist verglichen mit anderen Ländern immer noch okay. Vor allem dafür, dass wir in Deutschland das beste Einkommen in der EU haben, ist das schon in Ordnung. Lieber wäre es uns natürlich, wenn wir die alten Preise hätten. Aber haben wir nicht. Das Thema... Das ist Träumerei. Hatten wir im letzten Cast sehr ausführlich drüber gesprochen. Was ich ein bisschen bereut habe, ich weiß nicht, ob du den getestet hast, Crown. Das war ja dieser Stand mit diesem riesen Kohle-Statur. Ja, genau. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Tabak kam. Du also auch nicht? Nee. Hast du auch nicht probiert? Ich auch nicht. Ich sehe so Kohle-Kohle und denke so, ja komm, wir müssen uns jetzt hier nicht fürs Video den fünften Kohlestand angucken, renne ich vorbei. Und danach alle so, hast du den Tabak bei Crown probiert? Und ich so, Crown? Was für Crown? Ja. Und also, Digga, der Tabak war brutal. Und ich war halt, die einzige Runde über die Messe, die ich gedreht habe, war Freitag fürs Video. Und ansonsten war ich non-stop am Stand. Non-stop am Stand. Ich habe es leider auch nicht getestet. Ja, schade. Okay, dann können wir da leider noch nicht so viel zu erzählen. Aber es soll anscheinend sehr gut sein. Ja, habe ich auch gehört. Ich habe nur positives Feedback zu diesem Tabak bekommen. Sehr interessant. Werde ich mir dann auf jeden Fall so schnell wie es geht noch angucken. Aber ich weiß auch nicht, wann der nach Deutschland kommt, was der kostet, wie viele Sorten, bla 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 bla. Weiß ich leider alles nicht. Rewoshi Dark Blend? Hast du den probiert? Ich war kurz am Stand, habe es gesehen, aber habe keine Pfeife geraucht. Ich habe ein bisschen was probiert. Allerdings muss ich sagen, da waren die Köpfe leider gerade komplett frisch und auch nicht angeraucht. Wir mussten halt zügig machen fürs Video. Das heißt, ich konnte leider nicht so einen aussagekräftigen ersten Eindruck gewinnen. Deswegen würde ich es auch einfach skippen. Aber ich finde es sehr nice, dass Rewoshi jetzt mehr Sorten als Dark Blend bringt. Die hatten ja bis jetzt nur den Zigarre Vanille. Zigarre Vanille. Stimmt, Zigarre Kaffee war Shades. Genau. Ja, der war auch da in der finalen Version. Letztes Jahr auf der Messe schon vorgestellt und dieses Jahr das finale Produkt hoffentlich. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Wir werden es sehen, wann er auf den Markt kommt. Vorgestellt. Cooler Tabak. Ja, auf jeden Fall. Zigarre Vanille gab es ja vor sieben Jahren in der Shisha-Szene einen krassen Hype. Es gab den Alphaca Zigarre Vanille. Stimmt, stimmt. Das war eine krasse Zeit. Da wollte jeder diesen Tabak haben. Ich glaube, ich habe mir auch für 10 Euro 50 Gramm über Facebook damals gekauft von irgendeinem, der noch was hatte. Weil es so einen Hype um diesen Tabak gab und ich wollte den unbedingt probieren. Und jetzt lebt das Thema gerade so ein bisschen neu auf, ne? Ja, also das war ja damals, also damals vor zwei Jahren war das, glaube ich, so nochmal so eine Halbwohre Wash-Szene gebracht hat. Auf jeden Fall so intern der Shisha-Szene, würde ich sagen. Weil also ich habe den durchgehend geraucht, auch mit Doppelapfel zusammen, einfach super lecker. Und immer noch ein super solider Tabak. Ich meine auch der von Shades, der Zigarre-Kaffee, habe ich in der Prototyp-Phase ein, zwei Mal probiert. Und eigentlich bin ich keiner, der gerne Kaffee raucht. Aber dieser Mix und die Aromen von denen fand ich schon sehr, sehr gut. Also hat mich sehr positiv überrascht am Ende. Was noch kam an Darkpland, da weiß ich gar nicht, ob du es probiert hast, Savu? Ja, habe ich auch probiert. Und? Also ich fand es schade, dass die den mit Virginia auf der Messe gemischt haben. Ja. Aber von den Flavern her, geiler erster Eindruck. Der Kokosnuss war tatsächlich überraschend gut. Den habe ich gar nicht geraucht. Ich war da an dem Stand und dann sagt der Typ so, ah, du musst unseren Kokosnuss probieren. Ich sage, ah, Digga, Kokosnuss, gar nicht mein Ding, gar nicht meine Welle. Dann meinte, probier den mal, probier den mal. Kokosnuss hat ja oft so einen sehr cremigen, milchigen Touch. Und der von Savu aber gar nicht. Der war mehr wie so Kokosnuss Flakes hat der geschmeckt. Und das könnte ich mir zum Mischen dann doch ganz geil vorstellen. Also, ich sage mal so pur, wie ich den auf der Messe probiert habe, war das trotzdem nicht so meins. Aber zum Mischen stelle ich mir den echt noch geil vor. Ne, sehr cool. Ja, Savu fand ich auch sehr, sehr gut. Also ich überlege mal, wie viel Dark Blend rauskam. Rewoshi hat Dark Blend vorgestellt. Savu hat Dark Blend vorgestellt. Shades hat ein Dark Blend vorgestellt. Hyde hat ein Dark Blend vorgestellt. Crown hat ein Dark Blend vorgestellt. Holy Shit, Digga, wir werden ja, also wenn du überlegst, was es in Deutschland bis jetzt an Dark Blend gab, das waren gefühlt so drei, vier Marken, und jetzt auf einmal so, hey, hier ist die Messe, hier sind fünf neue Dark Blend machen. Holy Shit, Digga. Mega gut. Ja. Und allein Hyde, also ich bin mir jetzt schon sicher, Hyde wird regelmäßig bei mir laufen. Ja, also wenn da wirklich so kommt, wenn das alles so konform ist, dann zu 100 Prozent. Ja, das stimmt. Das war natürlich noch eine Frage, die wir uns bei dem Snowfall gestellt haben. Ich habe mit dem Importeur geredet, der meinte, Laborberichte sind noch nicht da. Aber Hersteller hat mir versichert, der ist TBD-konform. Also wir bleiben weiter gespannt, weil eigentlich ist das, das ist so dieses Thema, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es maybe nicht wahr. Und der ist eigentlich zu gut, als dass das TBD-konform sein könnte, aber ey, maybe haben die einen coolen Weg gefunden, da drum rum zu kommen. Ja, superschön. Also wenn der genauso kommt, ist es geisteskrank. Ich werde auf jeden Fall, also es sind schon die deutschen Packungen, deutsche Banderole drauf, deutsche Warnhinweise drauf. Es ist eigentlich, also es sieht aus, als wäre es komplett ready. Wäre ich auch ready für. Ich wäre da wohl auch ready. Ich bin jetzt schon traurig, wenn mein Snowfall leer ist. Sag ich dir, wie es ist. Ja. Würde ich am liebsten direkt, weiß ich nicht, 20 Dosen nachbestellen. Nachbestellen, ja. Oh Gott, 20 mal 5 Euro. Ein Huni weg. Uff. Aber ist auch geil. Ja, ist geil. Ist geil. Wirklich, ich könnte den in jeden Kopf mit reinmischen. Safe. Also ich wollte den dir vorhin nicht leer machen. Ja. Habe ich noch ein bisschen was? Ja. Okay, Gott sei Dank. Aber, ähm, ja, als ich den bei mir probiert habe, war ich ein bisschen traurig, dass ich den nicht in meinen Kopf gemacht habe. Willst du nochmal bei mir ziehen? Ja, komm. Dann lass mich auch mal deinen probieren. Was hattest du nochmal gebaut? Ähm. Ich hatte Traubemünze von, von Holster. Darkplant. Ist gut, aber ist für mich wieder dieses klasse Thema. Ich mag keine Edelstahl-HMDs. Direkt dieser geschmackliche Unterschied. Weiß nicht, für dich ist dann wahrscheinlich beim Alu-HMD jetzt genau das fehlt dir? Ne, der geht noch voll. Ja? Ich finde halt, also, einmal Edelstahl auf jeden Fall lieber. Wasser im Schlauch. Oh. Wollte ich ins Mikro pusten? Ne, aber auf jeden Fall. Edelstahl lieber, aber gerade bei Meerlochkopf finde ich halt so, für die Länge, für die Menge an Tabak, die drin ist, einfach perfekt. Weil du kannst den Kopf in meinen Augen viel länger ziehen. Aber ist auch geil, die Mischung. Ja. Ist nice. So? So? So. Keine Schläuche kreuzen, ne? Wichtig. Wichtig und richtig. Gut. Also, High-Tabak haben wir drüber geredet. Crown-Tabak haben wir leider beide nicht geredet. Revoshi hat neuen Darkband vorgestellt. Sabu hat neuen Darkband vorgestellt. Fällt Tim Skoda. Alex. Pfeifen. Oder fällt dir noch was bei Tabak ein? Kisswald hat noch zwei neue Sorten. Einmal ein Vanille-Erdbeere, der überraschend lecker war. Trotz Vanille. Da hatte ich ein bisschen Angst. Aber da hat er zum Beispiel auch schon loyal gezeigt mit dem Bavama, dass das geil sein kann. Und sie haben vorgestellt, den Black Pan. Den habe ich auch hier. Normal Pan, auch gar nicht mein Ding. Ich habe mich nicht getraut. Echt? Ja. Du standst vor der Pfeife und warst so, Bruder, nein. Nee, ich habe mitbekommen, dass er Pan hatte und es hat mich nicht gereizt hinzugehen, weil ich so einen Trauma von Pan Masala noch habe, dass ich, nee. Trauma. Der war gut. Der ist für einen Pan unglaublich mild, weil Pan ist normal geisteskrank überladen. Oh ja. Also wenn man über intensiven Tabak redet, Pan, maybe die intensivste Tabaksorte, die es jemals gab. Ich sage dir auch, wie es ist. Ich habe Pan Masala gehabt, von Daft war das damals noch. Ich habe meinen Schlauch weggeworfen. Nee. Ja. Weil der so festgefressen war. Das war komplett durch. Ging nicht. Krass. Krass. Ich habe die Dose aufgebraucht und danach instant meinen Schlauch weggeworfen, weil du konntest durch diesen Schlauch nichts anderes rauchen, außer Pan. Ripp. Ja. Deswegen auch das Trauma. Verstehe. Aber den kannst du auf jeden Fall sehr solide rauchen. Und für den Pan ist er sehr, sehr mild. Er ist schön frisch. Er hat so sehr citruslastige Noten noch mit dabei. Wirklich geil. Du kannst, wenn du willst, dann gleich mal dran riechen oder du erzählst was und ich gebe den dir gerade mal. Kannst du live dran riechen? Was ich bei Kismet, bin so ein Odinson. Da bin ich früh morgens, da war die Messung noch nicht offen, bin ich da ein bisschen lang geschlendert und da hatten die bei Kismet schon den ersten Kopf am Laufen und er hält mir so einen Schlauch hin und ich ziehe dran und da ist mir aufgefallen, wie... Oh ja. Riech mal dran und denk an Sonnencreme. Ja, weißt du? Ja. Also vom Geruch. Wie gesagt, schmecken tut er lecker, finde ich. Und ist für mich persönlich die beste Pansorte, die es gibt, weil er eben nicht so überladet ist. Ja, der riecht super angenehm. Ja, ist er auch. Weißt du auch, was ich meine mit Citrus und so? Ja. So leicht Citrus und so. Ja, riecht gut. Ja. Auf jeden Fall. Also der Überraschung für mich. Was ich dann mal wieder probiert habe, der Asgard von Odinson, den habe ich ewig geraucht und ich habe mich richtig gefreut, den mal wieder zu rauchen. Weil super leckerer Tabak eigentlich, der Rose hier mit ein bisschen cremiger Hintergrundmischung, super lecker. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal geraucht habe. Also ist halt sehr ausgefallen, aber sehr, sehr lecker. Interessant. Ja, also Kismet hat auch neuen Tabak, Theo hat neue Sorten. Blackberry zum Beispiel Mango, eine schöne pelzige Mango, richtig geil. Blackberry war auch super lecker. Dann hatten sie noch den Salted Karamell, der auch überraschend gut war, dafür, dass ich cremig nochmal meide. Salted Karamell habe ich bei Prusco probiert. Dadurch, die hatten auch Salted Karamell, ja. Fand ich echt gut. Prusco auch neu. Stimmt, Prusco auch neu. Können wir auch nochmal drüber reden. Prusco ist Hibiskusblüte. Also anstatt Tabakblättern wird ein Hibiskusblatt benutzt. Es wird aber trotzdem noch Nikotin hinzugefügt. Und ist, an sich sieht es aus wie ein Dark Blend. Es ist aber einer der mildesten Dark Blends, die man sich holen kann. Also es ist wirklich nicht so viel Nikotin. Ich würde sagen minimal über Virginia, maybe. Ja. Also wenn ihr mal Richtung Dark Blend gehen wollt, aber ihr nicht nikotinvolle Dröhnung haben wollt, wie Must-Have, Blackburn, Pipapo, dann wäre zum Beispiel der Prusco eine sehr nice Alternative. Und die arbeiten mit Hibiskusblättern und Vape-Aromen, was eine sehr wilde Kombi ist. Sehr intensive Flavor, sehr ausgefallene Flavor. Also wirklich gut. Fand ich sehr, sehr lecker. Kommt aus Russland. Genau. Habe ich ein bisschen durchgetestet. Also ich war sehr, sehr überrascht. Auch gerade bei so einer ausgefallenen Sorte, wie es heute Karamell, wo ich finde, kommst du mit Tabak-Aromen sehr, sehr schwer dran. Und Prusco hat es echt sehr, sehr gut geschafft. Ja, finde ich auch. Gut, haben wir sonst noch was bei Tabak oder kommen wir zu Pfeifen? Aber mir fällt sonst für Tabak, ich habe mich noch ein bisschen bei Afsal durchgetestet. Afsal habe ich gar nicht geschafft. Da habe ich mir aber noch ein bisschen was mitgenommen, habe ich ein bisschen was geklaut. Die hatten den, ich weiß nicht mehr, wie hieß es, Commander oder so. Ja, Commander, ja. Ja, der war ja auch wie der Pan von denen, nur ein bisschen abgeschwächter, auch mit Citrus-Moden noch mit dabei, war auch geil. Ich habe es aber auch sehr, sehr viel Positives gehört. Deswegen bin ich da am Ende noch mal kurz hingegangen. Ja. Irgendwas hatte ich gerade noch. Ach so, ja. Ja, die neun Sorten von Nasch wurden vorgestellt. True. Der Lip-Tea. Holy shit. Traube, Lip-Tea und? War das nicht noch der Kiwi-Sellerie, war ich letztes Mal schon, war ich schon... Weiß ich gar nicht. Von dem hat mir nämlich Eugen schon in Dortmund erzählt gehabt. Ah, okay. Also ich habe nur probiert und schon viel geraucht den Lip-Tea. Den hatten wir nämlich auch bei uns am Stand. Sehr, sehr geiles Ding geworden. Und schmeckt wie der grüne Lip-Nice-Tee. Überragend. Ja. Ansonsten? Ich glaube, das war es für Tabak größtenteils. Ich glaube schon, ja. Crown-Tabak wäre halt noch interessant gewesen, aber haben wir beide leider nicht getestet. Pfeifen. Ja. Sollen wir direkt mit der Tür ins Haus fallen? Ja, warum nicht? Stehen eh beide hier, oder? Beide? Ja, also... Ich meinte eigentlich die Tür. Ich weiß, aber wir können die andere Tür dann auch direkt mitnehmen. Ja, beide Türen. Jeder fällt mit einer Tür ins Haus. Willst du als erstes ins Haus fallen? Können wir eigentlich machen. Okay. Es ist zeitnah. Zeitnah is now. Sehr, sehr cooler Titel übrigens, der da gewählt wurde. Alice redet vom Titel für Edition 5 Ersteindruck bei mir auf YouTube. Die IAN Edition 5 ist endlich auf dem Markt nach vier Jahren. Vier Jahren waren es jetzt, glaube ich. 2019 auf der Beste kamen die Vierer, ja. Und das, was ich den Jungs gesagt habe, als auch was ich so ein bisschen kommuniziert habe, war so, ihr habt euch mit den vier Jahren eine sehr, sehr hohe Fallhöhe geschaffen und es muss ein sehr geiles Produkt sein. So, ich habe im Hintergrund ja schon ein bisschen was mitbekommen. Wie gesagt, das schlussendliche Produkt habe ich davor noch nie gesehen. Und ich bin zu Mo am Freitag um 12 Uhr in das kleine Kabuf rein. Du hast doch Samstag deinen Termin. In das kleine Kabuf da rein, in seinen kleinen Raum. In sein Mini-Office. Ja, in sein Mini-Office. Und habe sie gesehen. Und allein der Look, muss ich sagen, ich habe viele Stimmen gehört, ja, die sieht ja gleich aus, das ist doch scheiße und so weiter und so fort. Leute, es ist eine Edition, wer die Edition 2, 3 und 4 kennt, der weiß, oder der hätte sich darauf einstellen können, dass die Edition 5 auch einen ähnlichen Look haben wird. Und in dem Maß, was sie daraus gemacht haben, finde ich die Edition 5 wunderschön. Und so dieses kantige Design, so ein bisschen auch größere, so ein bisschen wuchtiger, gefällt mir super gut. Also trotzdem noch diese Waage gehalten zwischen groß, beziehungsweise nicht klobig und dieses... Ja, klobig wirkt sie wirklich nicht. Nee, klobig nicht, sondern wirklich noch ein edles Design, aber halt massiv. Und Bowlfarben finde ich persönlich richtig, richtig gut. Also ich habe es ausgedrückt, so die E-Edition 5, die E-Edition 4 ist erwachsen geworden. Genau. Das würde ich, glaube ich, sagen, trifft es so am besten. Ich habe hier ja die Lounge Basic am Start, es gibt drei Varianten. Und die Lounge Basic ist im Endeffekt, man kann es sagen, als Facelift der Vierer. Im Endeffekt habt ihr hier keine großen Spielereien, sondern ist es eigentlich die perfekte Pfeife für die Shisha-Bar. Ja, weil ihr habt oben die Möglichkeit, dass ihr den Teller festmachen könnt, dass ihr im Endeffekt den Schliff rausnehmt, dass man die ohne Probleme in der Shisha-Bar benutzen kann und dass was kaputt geht. Ist jetzt auch bei dir der Fall. Also da ist ein kleiner Adapter drin, das ist ein Adapter, den schraubst du in den Kopfadapter rein und dann verschraubst du den Komplex aus Kopfadapter, Schliff, Kopf, Anschlussteil, Teller in die Rauchsäule und dann ist das fest. Das heißt, du könntest jetzt hier die Pfeife nehmen und könntest sie da dran hochheben. Haben wir auch gemacht. Haben wir auch gemacht. Hat funktioniert. Ich stelle mir vor, ich hätte vorhin den Kopfadapter rausgeschraubt. Da ist jetzt der Kopf sowas von gegen die Decke geetet. Ne, auf jeden Fall Launch Basic, superschönes Design und ich denke mal, wer einfach nur eine neue Pfeife haben will, ohne viel Schnickschnack, für den ist das auf jeden Fall was. Wer sich jetzt dazu entscheidet, eine E.ON zu kaufen, aber sagt, er braucht die ganzen Feature nicht, hat für denselben Preis wie bei der Edition 4 die Möglichkeit, sich eine Pfeife in der Optik von der Edition 5 zu kaufen. Genau. Und auch wenn ich weiß, dass diese Optionen wenige Leute wählen werden, für die, die sie wählen, ist es einfach saugeil, dass sie mit am Start ist. Und je mehr Optionen wir haben beim Kauf, umso besser. Deswegen finde ich die Beschwerden darüber, ja warum eine ohne die Feature rausbringen, finde ich ein bisschen schade, weil klar, will vielleicht nicht jeder, aber für die Leute, die es wollen, ist es da. Wie gesagt, und für die Launch ist es einfach perfekt. Ja. Also ich denke mal, gleich wenn wir zu der Launch Plus kommen, mit den ganzen Features, ist es für Bars sehr, sehr angenehm, eine Launch Basic zu haben. Ja, aber es gibt eine Sache, die mich an der Basic stört. Und das wäre? Entlüfte mal knapp hintereinander. Ich weiß nicht, ob ihr es übers Mic hört, da sind Metallkugeln drinne und die klappern und das hat mich geisteskrank aufgeregt. Aber das ist auch einfach andere Kugeln rein und gut ist. Also wenn einen das wirklich stört, ist das wirklich ein minimales, oder es ist wahrscheinlich das am leichtesten zu fixende Problem, was man haben könnte. Deswegen finde ich es jetzt nicht so dramatisch, aber ja, die Kugeln klappern halt. Ich habe mich ehrlich gefragt beim Rauchen so, ist das niemandem aufgefallen? Stört das niemandem? Bin ich einfach nur ein OCD kickt rein? Ich muss sagen, bis bevor wir uns unterhalten haben, habe ich auch gar nicht darauf geachtet. Ist dir nicht aufgefallen? Mir ist aufgefallen, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Also mich hat es nicht aktiv gestört, aber ich denke mal, mit POM oder Klaas Kugeln sollte es auch für die Edition 5 geben, sollte es eigentlich ein bisschen minimalisiert werden. Ja, denke ich auch. Und da habt ihr auch keine Probleme dann mit. Ja, dann sollte dieses Klackern weg sein. Vielleicht direkt nochmal zu dem Feature, was so Ion ausmacht, das kann man direkt bei der Basic auch machen, der Durchzug. Und ich muss sagen, da ist für mich Ion weiterhin Ion, weil Durchzug ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja, Rauchverhalten ist geisteskrank nice. Safe. Safe. Genau. Launch plus. Welche Feature hat sich Aeon einfallen lassen von der 4er auf die 5er? Genau, fangen wir doch mal bei den, ich sag mal offensichtlichsten Dingen an. Das wäre der verstellbare Blow-Off, wo man die Pfeife nicht auseinanderbauen muss. Da habt ihr, wie viel sind das denn zum Endeffekt? Könnt oben zu und auf machen, unten zu und auf machen. Ja, oben kannst du zwischen 2 wählen und oben kannst du zwischen aus und an wählen. Also 3. 4. 4. Du könntest Rauchsäule hoch ohne Teller, Rauchsäule hoch mit Teller, Rauchsäule Seite mit Teller, Rauchsäule Seite ohne Teller. Ja, 4. 4. Genau. Ist ein Feature, was es ja schon auf dem Markt gab und gibt, mit einer sehr kleinen Anzahl. Ich persönlich finde es ein cooles Gadget, dass es da ist, ist aber kein Kaufargument in meinen Augen. Was ich allerdings sehr, sehr schön finde bei ihnen und das wird sich jetzt auch durch die kompletten Features der Launch Plus ziehen. Sie haben es geschafft, dass man der Pfeife nicht ansieht, dass diese Features drin sind, was perfekt gematcht ist. Also dieses, du hast keine Einbüßen von der Funktion hinsichtlich zum Design. Und das ist auch das, wofür für mich entsteht, einfach dieses zeitlose Design der Pfeife, was nicht durch andere Außeneinwirkungen durch Funktionen einbüßt. Ja, gehe ich mit, finde ich auch cool. Man hat an zwei verschiedenen Stellen die Möglichkeit, den Blow-Off magnetisch zu verändern. Das ist einmal an der Rauchsäule, einmal an der Base, die Krone obendrauf. Also für alle, die Video gucken, dieses Teil hier kannst du, bei der Basic jetzt natürlich nicht, aber bei der Launch Plus, kannst du hier dran drehen und den Blow-Off verstellen. Und die andere Stelle, um den Blow-Off zu verstellen, ist unter dem Teller, da ist dann nochmal ein magnetischer Ring. An der Base funktioniert das sehr, sehr geil. Unter dem Teller fand ich es ein bisschen nervig. Jetzt muss ich sagen, auf der einen Seite habe ich da natürlich die Kritik, dass das Verstellen für mich nicht so gut funktioniert. Ich finde, dass es wenig durchdacht, beziehungsweise ist es nicht super benutzerfreundlich. Auf der anderen Seite werde ich das Feature kaum benutzen, weil in der Regel stelle ich mir einmal meinen Blow-Off ein, wie ich das eben haben möchte und dann bleibt der so. Und deshalb ist meine Kritik an dieser Stelle für mich persönlich super irrelevant. Wenn ihr jetzt jemand seid, der sein Blow-Off, warum auch immer, zehnmal während dem Rauchen verändert, dann könnte das maybe ein bisschen nervig sein, wie man den Blow-Off unter dem Teller verstellt. Für mich ist es aber scheißegal am Ende des Tages. Ich muss auch sagen, das war auch so ein Punkt, den ich öfter gehört habe, den Mo sogar selber kurz angesprochen hat, weil er beim Verstellen oftmals den Teller noch angehoben hat. Ich persönlich habe zu Hause eigentlich gar kein Problem damit, da unter den Teller zu greifen und dann zu drehen. Vielleicht habe ich auch einfach so krasse Wurstfinger. Aber ich habe ja auch Wurstfinger. Aber ich persönlich finde das jetzt gar nicht mal so ein großes Kriegpunkt. Ich verstehe, was die Leute meinen oder auch was du meinst. Es würde auf jeden Fall tausendmal angenehmere Möglichkeiten geben, das umzusetzen. Das stimmt. Vielleicht mit einer Rändelung außen, irgendwas, dass du den Ring besser greifen kannst, dass du besser an den Ring kommst oder so. Also ich finde, es ist eine schlechte Lösung, um den Blow-Off umzustellen. Da ich den Blow-Off aber selten umstelle, ist es für mich persönlich ziemlich irrelevant. Genau, würde ich auch auf jeden Fall so mitgehen. Und im Endeffekt ist auch da wieder der Punkt, so eine Rändung wäre auf jeden Fall cool. Aber es ist halt wieder so dieser Punkt, du siehst nicht, dass du es umstellen kannst, was dem Design nichts Schlechtes antut. Also natürlich so die einfachste Variante in meinen Augen wäre wieder Tellerdrehen. Aber da müsstest du irgendwas einbauen, wieder doppelter Teller oder sonstiges. Das ist genauso, wo ich dann sage, dann lieber diese Funktion oder diese Maßnahmen, wie sie sie ergriffen haben, anstatt das noch anders weiter auszubauen. Für so eine Funktion, was sie sein soll. Weil für mich ist es einfach nur eine Spielerei und tut der Pfeife jetzt nichts viel Positives. Ich hätte es auch gefeiert, wäre es einfach ein Standard-Plow-Off gekommen. Oder drei an der Rauchsäule oder so, wäre für mich auch fein gewesen. Nächster Punkt, ich glaube, das ist auch so der Kernpunkt, würde ich sagen. Du kannst den Durchzug einstellen mit Hilfe eines Magneten. Ich merke gerade, es wäre eigentlich viel schlauer gewesen, hätte ich hier in Launch Plus stehen. Deswegen habe ich das vorhin noch gesagt. Ja, aber da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ist ja egal, es ist ja ein Podcast, das heißt, du willst ja eh sowieso verbal umschreiben. Und im Endeffekt habt ihr eine kleine Metallkugel mit einem, was ist denn das, ein kleiner... Nee, ich meine das Ding, was man in die Base einsetzt. Das ist ein Rohr, das man in die Rauchsäule steckt, das oben verschiedene große Bohrungen durch hat. Genau. Auch eine Bohrung, also eine Bohrung in Anführungszeichen, wo es gar nicht im Loch liegt. Und da könnt ihr im Endeffekt mit einem Magneten an der Base oder leicht oberhalb der Base, wo übrigens auch der Magnet im Schlauchanschluss drin ist, könnt ihr die Kugel verschieben, sodass ihr den Durchzug vermindern könnt, so wie ihr wollt. Ja. Was ich persönlich eine sehr, sehr coole Alternative finde, um da einen Durchzug ein bisschen einzustellen. Ich sehe da in deinem Gesicht schon, dass du da was so zu sagen hast. Mhm. Ja. Also erstens, dadurch, dass du ein Teil in deine Rauchsäule legst, das zu 50% verschlossen ist und zu 50% aus Löchern besteht, killst du damit schon mal einen Großteil vom Durchzug. Du kannst dann den restlichen Durchzug cool einstellen, aber auch das Einstellen ist leider nicht so einfach. Du hast den Magnet im Schlauchanschluss, der funktioniert aber einfach nicht. Also Aeon hat sehr viel Wert drauf gelegt, auf der Messe zu sagen, wenn die Pfeife noch nicht geraucht ist, kein Kondenswasser, bla bla bla, dann funktioniert das mit dem Schlauchanschluss. Ich weiß nicht, wie die das wann, wo, wie getestet haben. Es hat bei mir literally nie mit dem Schlauchanschluss funktioniert. Echt nicht? Nee, nie. Ach doch, ich habe es aufgebildet, aber es funktioniert. Aber ja. An der offenen oder an der geschlossenen, während du sie rauchst? No, aber. An der offenen Pfeife, wie sie es bei Aeon demonstriert haben, oder geschlossen, während du sie rauchst zu Hause? Also geschlossen, bevor ich geraucht habe. Okay, und da hat es funktioniert? Okay, bei mir nicht. Ja, ist schade. Das heißt, ich musste immer, wenn ich dieses Feature benutzen wollte, den Magnet benutzen. Und dann, es gibt Markierungen an der Base und du musst dann das Teil so einlegen, dass das auf die Markierung von der Base passt, damit du dann von außen, während die Pfeife geschlossen und rauchfertig ist, erkennen kannst, wie du den Magneten anbringen musst, beziehungsweise wie du den bewegst, sodass du dieses Feature richtig benutzen kannst. Es war für mich eine krasse Fummlerei, den Durchzug so einzustellen. Das heißt, die Idee hinter dem Feature finde ich super nice. Manche haben auch gefragt, warum braucht man denn das Feature? Für mich ganz einfach erklärt. Wenn ich dann Pfanne rauche mit Vollkontakt, dann will ich den maximal offenen Durchzug haben. Wenn ich dann als nächstes einen Meerlochkopf, der schön fluffig gebaut ist, drauflege, dann musste ich bis jetzt bei Aeon immer sagen, war mir der Durchzug schlicht und ergreifend zu gut. Dann wollte ich nicht die Aeon rauchen, weil es nervig war, weil es so offen war. Und das könnte man dann einfach verstellen und dann beim nächsten Kopf ein Meerloch rauchen, du stellst den Durchzug auf ein bisschen schlechter und tada, du kannst dein Meerloch ganz angenehm auf deiner Aeon Edition 5 rauchen. Ich fand das Feature aber schlicht und ergreifend zu nervig zum Umstellen, sodass ich es bei mir in 90% der Fällen gar nicht mehr mit eingebaut habe und wieder beim selben Problem war, dass die Aeon für einen Funnel-Vollkontakt einen absolut überragenden, geisteskrankten, einen niceen Durchzug hat, aber für einen Meerloch zu gut war. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen weniger Probleme als du. Es ist auch eine Spielerei, wahrscheinlich weil sie neu ist, die ich sehr, sehr viel benutze, weil es auch einfach cool ist in meinen Augen, dieses Feeling zu haben, dass du mit Magneten da eine Kugel hin und her schiebst, dran ziehst und merkst, wie du deinen Durchzug einfach, also wie sie es anders rauchen lässt. Ist auch sehr befriedigend, wenn man dann noch das Klacken von der Kugel hört, wie man die hochhebt und verschiebt und so. Es hat viele coole Seiten. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann überlege, und mir ist natürlich bewusst, dass es Patente gibt, die Aeon davor bewahren, das zu benutzen, die können es literally einfach nicht machen, weil eine andere Marke hat darauf die Patente, aber wenn ich mir dann das System von Stimulation angucke, wo du am Schlauchanschluss drehst und du nimmst mal kurz den Schlauchanschluss rein und du siehst genau, was du gemacht hast, Schlauchanschluss wieder drauf, drehst da ein bisschen dran und dann hast du deinen Durchzug eingestellt, das ist halt wirklich die tausendmal bessere Lösung. Ja, das stimmt. Die kostet auf der maximalen Einstellung keinen Durchzug, du weißt genau, was du machst, du hast Instant Feedback, du kannst das Feedback sehen, in die Aeon kannst du nicht reingucken. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der halt einfach ein Nachteil ist. Du hast halt diese eine Komponente an Sinn, die du nicht hast. Aber halt, again, mir ist bewusst, dass Stimulation mit Sicherheit da drauf ein Patent haben wird und deshalb kann Aeon das literally einfach nicht so machen. Da muss man einfach sagen, da war Stimulation halt schneller mit dem Durchzug verstellen und haben da halt eine gute Lösung gefunden, haben die patentiert und so arbeitet man halt. Ja, natürlich. Ja, da können wir Stimulation nicht böse sein, die waren halt schlau, die haben das schnell gemacht, die haben das schnell patentiert und damit hat sich die Sache halt. Ja, ich habe Mixed Feelings. Ich habe wirklich viele Mixed Feelings bei den Featuren. Super viele Sachen, wo ich sagen muss, geisteskrank, nice Idee, aber die Umsetzung meiner Meinung nach nicht perfekt. Gut, aber nicht perfekt. Und da ist wieder der Punkt, den du vorhin gesagt hast, nach vier Jahren waren die Erwartungen halt eigentlich schon gar nicht mehr zu erfüllen. Nee, das auf keinen Fall. Also das war eigentlich auch für mich von Anfang an klar, egal was Ian bringen wird, es wird einige Stimmen geben, die sehr hart kritisieren werden, weil die Erwartungen, die geschaffen wurden, nach vier Jahren einfach viel zu hoch sind. Ja, safe. Das ist aber, auf der anderen Seite denke ich mir dann, wo halt wieder so ein bisschen Realismus rein muss, so was erwartet ihr von der Pfeiffer? Soll die jetzt vielleicht noch eine Mikromelle haben, dass ihr euch da... Aber das ist ja auch oft, was ich sage. Aber bei der E.ON Edition 5 ist es ja nicht so, als ob ich einfach nur Kritik bringen würde, sondern ich kann dir ja genau sagen, was ich dann lieber haben würde. Nee, das war auch gar nicht auf die wirklich konstruktive Kritik bezogen, sondern wirklich auf die Leute, die einfach nur meckern. Genau. So wie ich kann da kein Essen drin war machen. Fühle ich, ne? Fühle ich. Also Leute, die einfach sagen, hat mich enttäuscht und dann sagst du warum und dann stottern sie dir einen ab, weil sie keine Ahnung haben, was sie sagen sollen und was sie eigentlich erwartet haben. Ja, dann bist du ein dummen Kopf. Aber ich kann sagen, ich sehe die Feature und ich weiß, was ich an den Featuren gerne verändert haben wollen würde, um sie besser zu machen. Und das ist auch ein bisschen schade, also ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich da früher mein Feedback hätte zu geben können, damit man da auch vielleicht noch mit arbeiten könnte, weil jetzt ist das Ding da. Natürlich. Ja klar. Und das ist auch genau der nächste Punkt bei dem nächsten Feature, was die Plus-Varianten haben. Also erstmal nochmal kurz, um euch nochmal abzuholen, ein kleiner Schritt zurück. Es gibt die Basic, die keine Feature hat für 269 Euro. So viel, wie die Edition 4 Lounge auch gekostet hat. Dann gibt es die Lounge Plus, die kostet 330, also 329 Euro. Die hat die ganzen Feature mit drin, ist eine Einschlauchpfeife. Und dann gibt es die Premium Plus, da gibt es keine Basic-Variante von, da gibt es nur die Plus-Variante von. Die kostet 399 Euro und hat dann vier Schlauchanschlüsse mit dem APS, was ermöglicht, dass vier Leute rauchen und entlüften können, ohne was umzustellen, umzubauen und so weiter. Das letzte Feature bei der Lounge Plus, über das wir jetzt noch reden müssen, ist der eingebaute Molassefänger. Und das ist für mich wieder dieselbe Geschichte, die Idee ist überragend. Ein kleiner Molassefänger, der für einen Kopf easy reicht, im Tellerschliff mit drinne, sodass, wenn du danach dein Köpfchen sowieso in die Küche bringen musst, dann kannst du den Teller einfach mitnehmen, spülst den einmal durch, dein Molassefänger ist wieder clean, du kannst das nächste Köpfchen rauchen und du hast keinen ekelhaften, klobigen Molassefänger. Weil die Idee von einem Molassefänger finden wir, glaube ich, alle geil. Zu 100 Prozent, aber es sieht einfach scheiße aus. Genau, es sieht einfach scheiße aus und deswegen benutzen wir in der Regel nie Molassefänger. Und die Idee hinter diesem Feature, Geist ist kein nice. Ich war instant sold. Mo hat gesagt auf der Messe, er hat bei keinem Kopf Molasse in der Bowl gehabt. Ich immer. Ich habe nicht einen Kopf mit dem Molassefänger rauchen können, egal ob Funnel, egal ob Meerloch, ohne dass ich trotzdem Molasse in der Bowl hatte. Ich muss sagen, Funnel hatte ich wirklich einige Köpfe, wo es super funktioniert hat. Es gab natürlich auch Köpfe, da habe ich dann einen guten Must-Have-Kopf gebaut, da hat es nicht funktioniert. So, Meerlochköpfe fange ich gar nicht erst an. Das war auch das, was ich dann direkt gefragt habe, weil ich rauche viel Meerloch und da kann ich Molassefänger eigentlich direkt draußen lassen. Aber meiner Meinung nach muss das für den Worst Case reichen. Also ein super feuchten, sagen wir einfach mal so die Reste von der Kiwi-Smoothie-Dose, die meistens geisteskrank feucht sind, im Meerloch gebaut, das müsste der Maßstab sein, den ich erfüllen will. Also wenn ich jetzt mir dieses Feature überlegen würde und ich will das in meiner Pfeife haben, weißt du, ich komme jetzt auf diese Idee, ich will das einbauen, dann wäre das das Szenario, das ich testen würde, um dieses Feature umzusetzen. Ja, verstehe ich. Weil wenn es dafür funktioniert, dann funktioniert es für alles. Zu 100% ist die Frage, am Ende ist dann wieder so die Frage, wie machst du das? Das ist natürlich nicht unsere Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe von Aion. Ich finde dafür, was es ist, mit der Handhabung, die du hast, finde ich es trotzdem ein sehr, sehr cooles Feature und ich glaube, dass für 70, 80%, die sich eine Edition 5 kaufen werden, reicht das völlig aus. Wichtiger Punkt, da muss man realistisch sein. Die meisten Leute, die dann vielleicht maybe 30% Dark Blend mit in den Funnel mischen und ansonsten einen normal feuchten Virginia benutzen, für die würde das mit Sicherheit reichen. Das Ding ist, das ist ganz subjektiv meine Meinung über dieses Feature und bei mir ist nun mal Fakt, ich rauche sehr viel Must-Have, das ist ein sehr feuchter Dark Blend, ich rauche sehr gerne Vollkontakt, meine Bowls sehen immer scheiße aus und mit dem Molassefänger sehen sie weniger scheiße aus. Also er hilft auch mir, ist ja nicht so, als ob er dann komplett für den Arsch wäre, nur weil er nicht den ganzen Kopf reicht. Sag mal, mein Wasser sieht dann nach, wie es normal nach zwei Köpfen aussehen würde, erst nach fünf Köpfen aus und das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Aber ich hätte mir, also mir ist natürlich klar, dass du mit dem Platz dann arbeiten musst, der da drinnen verfügbar ist. Aber 50% mehr Volumen irgendwie in das Ding reinkriegen, wäre für mich ein Träumchen gewesen. Weil die Idee hinter dem Feature ist genial. Ja, mega. Also ich finde die Idee auch mega. Ich wollte nur gerade eben mit dem Punkt, was ich gemeint habe, wollte ich nur die Leute, die jetzt auch den Cast hören, jetzt denken, boah, die reden die Edition 5 ja so schlecht. Ich wollte mal kurz ein bisschen diese Realität wieder zurückholen, dass wir einfach wahrscheinlich auch ein ganz anderes Rauchen haben werden, als 70, 80% der Leute, die da draußen sich wahrscheinlich eine Edition 5 kaufen. Ja, das bestimmt, das bestimmt, ja. Für die meisten Leute wird das Feature bestimmt gut funktionieren. Und ich denke, am Ende sind wir wahrscheinlich auch die härtesten Kritiker, weil bei uns werden die meisten Köpfe da durchlaufen. Ja. Aber das ist ja auch unser Job. Genau. Zu 100%. Deshalb. Ja, also, auch wenn ich viele Kritikpunkte an der Edition 5 habe, ich würde mir tatsächlich wünschen, für mich persönlich, dass es nochmal ein Facelift von dem Modell in einem Jahr geben wird. Ich denke nicht, dass es passieren wird. Ich würde es mir aber wünschen. Die Basic mit anderen Kugeln, dann ist das Ding perfekt. Ja. Wüsste ich nicht, was ich daran auszusetzen habe. Form, Hammer, Rauchverhalten, Hammer. Das Einzige, was mich an der Basic nervt, ist das Kugelklappern. Maybe ist das mein OCD. Maybe sagen manche Leute auch, finde ich richtig geil, dass du die Kugel arbeiten hörst. Ich persönlich würde da andere Kugeln reinpacken, dann ist das Ding perfekt. Ja. Wunderbar. Bei der Plus, bisschen mehr Molassefänger, Durchzug umstellen, für mich jetzt nicht die coolste Lösung, aber für einige Leute trotzdem ein cooles Feature. Du zum Beispiel bist komplett anderer Meinung bei dem Thema. Also, dass man den Teller verschrauben kann, sagen auch manchmal, wozu brauche ich das? Again, ihr müsst nicht jedes Feature. Die Edition 5 Plus Varianten sind so ein bisschen, alles kann, nichts muss. Ja. Du musst nicht den Molassefänger benutzen, du musst nicht die Blowoffs verstellen, du musst nicht das Durchzugsfeature benutzen, du musst auch nicht den Teller verschrauben. Du hast ja auch den neuen Diffusor, der unten zu ist, der oben die Löcher hat, wodurch es auf jeden Fall nochmal leiser ist und nochmal ein anderes... Oh, smooth. Genau, super smoothes Rauchen ist. Muss hier auch nicht, ich rauche zum Beispiel meine 5er auch lieber offen, einfach auch, weil mein Kopf einfach sagt... Plus, wer den alten Diffusor lieber mag, der passt auch drauf. Ja. Also du kannst ja auch den alten... Der alte Molassefänger ist ja bei der Basic dabei. Diffusor. Ich hab Molassefänger gesagt. Ja, ich auch, weil ich hab's vorher falsch gemacht und dann bist du direkt mit eingestiegen. Ja genau, der alte Diffusor ist auch bei der Basic dabei und der neue Diffusor ist bei den Plus-Varianten dabei. Ja, genau. Sei noch gesagt, falls sich trotzdem jemand einer E.ON... Was heißt trotzdem? Es ist trotzdem eine Killerpfeife. Wir haben halt ein paar Kritikpunkte, aber das ist auch relativ normal. Aber wenn sich jemand von euch eine Edition 5 ziehen möchte, dann haben wir bei E.ON natürlich einmal den Code directly und einmal den Code SWG. Womit ihr, ich glaub aktuell ist es noch, einen Schlauch kostenlos dazu bekommt. Schläuche kann man nicht genug haben, dann schmeißt man den Ältesten weg, nimmt den Neuesten mit dazu. Hygienemäßig sehr, sehr interessant auch ab und zu mal seine Schläuche zu wechseln. An der Stelle Public Service Announcement. Wechselt ab und zu eure Schläuche. Willst nicht wissen, was da an keinem drin hängt über die Zeit. Überlegt mal, wie oft ihr da reinpustet, dann hängt man die in die Küche und dann hängen die da wieder eine Woche und dann... Naja. Anyway, wechselt eure Schläuche und falls ihr euch bei E.ON was zieht, jegliche Pfeifen bei E.ON und Viro, Code directly, Code SWG und dann kriegt ihr noch einen Schlauch. Kostenlos mit dazu. Ihr müsst gucken, wie viele Aufrufe die Folge hat. Bei jedem geraden Aufruf, wenn ihr was bestellen wollt, nehmt ihr Code directly. Bei jedem ungeraden Aufruf nehmt ihr Code SWG. So ist fair. So machen wir das. Genau. Was ist, wenn jeder, der sich eine E.ON kaufen will, dann zufällig gerade ungerade hat? Ja, aber fairer kriegen wir es nicht hin. Fairer kriegen wir es nicht hin. Ihr müsst immer den, der die Cast-Folge da vorne gehört hat, anrufen und fragen. Hast du die gekauft? Nein? Okay, ich kauf die jetzt. Okay, dann so und so. Das macht dann der nächste... Ja, so müsst ihr es machen. Achso, am Schluss. Einfach mal Handynummer unter der Folge kommentieren, damit die anrufen können. Macht das nicht. Nicht eure Handynummer ins Internet schreiben. Gut, Premium Plus noch. Premium Plus würde ich auf jeden Fall an dich übergeben. Wollen wir danach noch die Außendesign-Nummer kurz angehen oder wollen wir da... Was? Einfach nur Designstrukturen, Teller, Bowl und so weiter. Weil ich finde zum Beispiel Teller super massiv, finde ich sehr, sehr geil. Hammer. Hammer. Also das ist so ein Punkt, wo... Du hast mich so angeguckt, als ob ich was Komisches sage. Nee, weil ich nicht wusste, ob du weißt, worauf ich hinaus will. Aber jetzt schon. Dann war der Klick da. Genau. Klick. Ich finde den Teller wunderschön. Ja. Ich finde ihn wunderschön. Er ist doppelt so massiv wie der alte Teller. Das war eine Stelle, die man verbessern konnte. Haben sie verbessert. Das ist Hammer. Ja. Und ich persönlich habe mich richtig in diese Bowlfarbe verliebt. Also ich hätte am liebsten... In die Slate jetzt oder in die Bowlfarben? Bowlfarben. Ja. Also ich hätte am liebsten... Farben. Farben. Ich hätte am liebsten, ohne Spaß, jede einzelne Farbe zu Hause. Jede Farbe zu Hause. Habe ich denn ernst? Ach, du bist so ein Assi. Ich hasse dich. Aber ich habe halt auch gefragt, ob ich noch die restlichen Sachen fürs Video haben kann. Ja, völlig verständlich. Aber ich muss sagen, mein Favorit... Ist übrigens in Arbeit. Entschuldigung. Dauert ein bisschen. Basti ist im Urlaub. Ich muss alles alleine machen. Ist viel. Ich kriege es hin, aber es ist ein bisschen viel. Dauert ein bisschen länger. Mein Favorit auf jeden Fall Altrosa. Ich habe die Farbe gesehen. Altrosa? Ja. Also Rose. Ja, danke. Altrosa. Ja, Altrosa. Du musst deine Oma geben, Junge. Altrosa war der Name, wo Mo und ich immer drüber... Also, wie wir immer drüber gesprochen haben. Wunderschöne Farbe. Also, allgemein, wie gesagt, diese Pastellfarben. Was gibt es denn alles? Es gibt Slate. Es gibt Rose. Es gibt Mint. Und... Dune. Dune. Genau. Das sind die vier. Und by the way, haben ein paar Leute gesagt, ich finde die alten Bolts ja viel schöner. Dann hol dir die alten Bolts, passen auch drunter. Die passen drauf. So. Wo Problem? Nichts Problem. Mein Bruder hatte jetzt letztens auch geraucht. Hat auch gemeint, der findet A, Rosa nicht so schön, B, mag er die Pastellfarben nicht. Hat sich halt seine Viererball genommen. Und du kannst ja auch die Bolts einzeln kaufen bei Aeon. Und ich habe zum Beispiel auch meine Intenso Edge. Ja. Park Edge habe ich mir genommen, weil die ist clear. Ja. Und ich wollte das mit dem Molassefänger testen. Und dann habe ich halt die Bolts runtergepackt. Perfekt. Sieht auch killer aus. Übrigens ist das Tauchrohr bei der Plus, bei den Plus-Varianten teilbar. Ja. Das war auch früher schon so, dass es bei der Premium Plus ein teilbares Tauchrohr gab. Das ist aber noch höher teilbar. Und die Kombination aus dem jetzt unglaublich kurzen Tauchrohr und dem neuen Diffusor ist insane geil. Du hast so ein winziges Bowl-Volumen. Das ist geil. Du kannst basically bis hier Wasser machen, ne? Ach krass. Also du hast so viel Bowl-Volumen. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das sind ein paar hundert Milliliter. Es ist so direkt. Das ist geisteskrank. Und mit dem Diffusor fühlt es sich noch so smooth an. Es fühlt sich teilweise so an, es ist jetzt kein Wasser drin. Ach krass. Aber trotzdem mit der Kühlfunktion vom Wasser. Es ist geisteskrank. Es ist überragend. Ich war sehr, sehr skeptisch, ob das funktionieren wird. Weil es sieht wirklich zu kurz aus. Ich habe schon gesehen, wie du das hinten zusammengebaut hast. Und war schon sehr, sehr skeptisch. Ich zeige das mal kurz in die Cam für alle die Videofunktion. Auf YouTube gucken, meinst du? Ne, aber ich finde auch, wie gesagt, den Diffusor sehr, sehr cool. Marv hat auch schon gemeint, er hatte bisher trotz Merlauchkopf keine Probleme mit hier verstopfen, da er ja unten zu ist. So, jetzt hat es fixiert. Und es ist halt super kurz. Also es ist wirklich ein direktes Anziehverhalten. Vor allem dadurch, dass das Tauchrohr, das kurze Tauchrohr, wirklich gerade so über der Wölbung der Ian-Bubble ist, das ist ja nichts an Wasser. Ja, das ist wirklich nichts an Wasser. Es sieht fast falsch aus, wenn es hier steht, aber es fühlt sich so richtig an meinem Rauchen. Ach, das ist ja sogar die Plus. Hätten wir einfach vorher hinschlinkt. Ich hab dir doch gesagt, dass die da steht zum dritten Mal jetzt, Alex. Ja, Gott im Himmel. Steh mir bei. Gut, Premium Plus. Premium Plus übergebe ich an dich. Aeon. Aeon hatte vier Jahre Zeit. Vier Jahre Zeit, um das APS, das bei der Vierer für seine Zeit überragend war, aber dann leider ein bisschen in die Jahre gekommen ist, zu überarbeiten. Sie haben es überarbeitet, meiner Meinung nach aber nicht genug. Okay, warum? Du hast, wenn du dir die Premium Plus holst, hast du zwei Varianten an Kugeln mit dabei. Du hast einmal Metallkugeln, einmal Glaskugeln. Folgendes Problem. Ich hab als erstes die Glaskugeln benutzt und wenn du die Glaskugeln benutzt, erstmal das Klappern ist komplett weg. Also das Vibrieren, das Klappern hast du nicht mehr. Vom APS. Aber von den Kugeln. Und das ist leider auch immer noch da. Jetzt hast du folgende Wahl. Nimmst du die Glaskugeln und entlüftest, greift das APS nicht perfekt und der Rauch kommt aus den anderen Schläuchen slash Anschlüssen. Nimmst du die Metallkugeln, ist dieses Problem gelöst. Allerdings halbierst du instant deinen Durchzug. Okay. Das heißt, du hast dauerhaft die Wahl zwischen, ich nehme Metallkugeln, das APS funktioniert perfekt, aber der Durchzug sackt. Oder du nimmst die Glaskugeln, der Durchzug ist geil für eine Vierschlauch, vor allem eine Vierschlauch mit einem APS-System, aber der Rauch kommt aus den anderen Anschlüssen. Wie würdest du den Durchzug denn mit der jeweiligen Kugelvariante beschreiben? Also für eine Vierschlauchpfeife mit Entlüftungsfeature ist die Edition 5 Premium Plus mit Glaskugeln die beste, die ich kenne. Okay. Mit den Metallkugeln ist sie schlechter als die Ultimate. Okay. Ein gutes Stück schlechter. Okay. Das heißt, wenn du sie so rauchst, dass sie funktioniert, ist der Durchzug schlechter als bei der Ultimate. Das ist ja eigentlich der Punkt, der... Das war das, was es zu schlagen gehalten hat. Das ist der Maßstab, genau. Und das hat die Premium Plus für mich leider nicht geschafft. Das heißt, wenn sich jemand die beste Vierschlauchpfeife mit Entlüftungsfeature kaufen will, dann bin ich immer noch bei Stimulation. Okay. Die ganze Zeit hatte Stimulation den Zeitvorteil, weil Stimulation jedes Jahr die Pro X-Reihe geupdatet hat und auch dieses Jahr mit der Ultimate sozusagen schon die Pro X-Reihe auch geupdatet hat. Ich finde, der Eon ist nicht reingekommen. Okay. Also die Premium Plus ist für mich eine geile Pfeife, die ich unglaublich gerne rauche. Das bin ich mir auch jetzt schon sicher. Ich habe ja einige Kritikpunkte an der Pfeife. Aber trotzdem overall muss ich sagen, die Launch Premium wird für mich mit Sicherheit eine der von mir am meisten gerauchten Pfeifen sein auf die nächsten maybe Jahre. Ja. Bei der Premium Plus ist es für mich 3 zu 0 Stimulation. Krass. Okay. Also Pro X 1 versus 4 Premium. Es kam die Pro X von Stimulation gegen die Edition 4 Premium. Ja. War es noch für mich, nimm die, die dir besser gefällt, weil geben tun die sich nicht wirklich. Dann kam die Pro X 2, dann war Stimulation ein kleines bisschen vorne. Dann kam die Pro X 3, dann hatte man noch die Blow-Off-Varianten. Dann war Stimulation wieder ein Stück weiter vorne. Dann kam die Ultimate und das war so, okay, jetzt muss Aeon richtig geisteskrank abliefern und die haben abgeliefert und die haben vieles verbessert, aber es reicht meiner Meinung nach nicht im 4-Schlauch-Segment, um die Stimulation zu schlagen. Außer, man kann sie gut rauchen. Das ist eine gute Pfeife. Das ist auch eine teure Pfeife, aber das ist bei dem 4-Schlauch-Anschlüsse und Entlüftungsfeature normal. Die sind alle schweineteuer. Die geben sich da auch nicht viel preismäßig. Wenn dir die Edition 5 jetzt viel besser gefällt als die Ultimate, würde ich sagen, kann man trotzdem guten Gewissens zu der Aeon greifen, weil die Stimulation schon einen sehr technischen, sehr kühlen, sehr emotionslosen, also es hat halt einen ganz eigenen Flair. Es gibt viele Leute, die stehen unglaublich auf die Optik von der Stimulation und es gibt Leute, die stehen total auf die Optik von der Aeon. Wenn man jetzt in die Kategorie zählt, Aeon-Design-Liebhaber, dann wirst du mit der 5 Premium Plus mit Sicherheit auch happy werden. Bin ich, also beim letzten Punkt bin ich auch voll bei dir, weil Stimulation ist für mich so, ein emotionslos triffst schon irgendwie, weil es für mich ist Stimulation ein technisch... Emotionslos klingt nur irgendwie fies. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, was so die Meinung angeht, weil man hat ja jetzt vielleicht in den letzten paar Minuten gemerkt, ich bin schon sehr pro-lastig, was die ganzen Features und alles angeht und du da schon eher subjektiv, konstruktiv... Wolltest du objektiv oder subjektiv sagen? Objektiv. Mit einer objektiven Kritik dran, wo bei mir wahrscheinlich noch dieses Subjektive ein bisschen mit reinzählt. Am Ende, ich werde die 5er wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr viel rauchen. Ich denke mal auch in Einschlagvarianten finde ich die Premium Plus eine super gelungene Pfeife, trotzdem mit ein paar, nicht mängeln, sondern mit ein paar ausbaufähigen Features, die in einem Facelift bestimmt sehr, sehr geil kommen würden, wenn die noch ausgemerzt werden. Trotzdem denke ich, dass der normale Shisha-Raucher mit der 5er Plus super happy sein wird und nicht so durch ist wie wir und solche Köpfe raucht. Da hast du wahrscheinlich recht. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, die Premium Plus, die Launch Plus hat noch eine direkte Inward-Rauchsäule mit drin. Das heißt, du musst gar keine komplette Rauchsäule mehr kaufen, sondern musst einfach nur das Sleeve wechseln. Das Edelstahl-Konstrukt hier drauf ist eigentlich nur ein Sleeve. Genau. Dadurch, dass wir natürlich einen Blow-Off oben haben bei den Plus-Modellen, ist das ein Zwei-Komponenten-System sozusagen bei der Rauchsäule. Es gibt immer das äußere Sleeve und eine innenliegende Rauchsäule, damit der Rauch auch nach oben geschoben werden kann. Und das heißt natürlich auch, dass wir, wenn Sleeves kommen in Zukunft und Aeon hat da auf der Messe auch schon ein paar gezeigt, dann kann man einfach die äußere Rauchsäule wechseln. Man muss nicht mehr eine komplette Rauchsäule wechseln. Das ist einfach nur noch ein Sleeve. Genau. Und standardmäßig ist eben das Edelstahl-Sleeve dabei, was wir hier auf den beiden Pfeifen sehen. Ja gut, bei der Basic ist das nicht so. Da siehst du ja auch noch mal, dass hier so ein leichter Abfallnuckel ist, wo ein bisschen mehr Eingänge. Ja, genau. Ja, das stimmt. Generell sieht man jetzt auch mal, wenn man die nebeneinander stehen hat, dass die Plus, die Launch Plus sogar noch etwas dicker ist an der Rauchsäule. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber wenn man die jetzt direkt nebeneinander sieht, fällt es direkt auf. Aber ich finde die Plus-Variante auch null zu klobig. Nee, überhaupt nicht. Also designmäßig wunderschön. Wie du am Anfang gesagt hast, kann ich jetzt nochmal, um das Thema zu beenden, sagen. Ich finde auch, wenn man sich anguckt, wie sich Aeon von der 2 auf die 3, von der 3 auf die 4 und von der 4 auf die 5 jetzt weiterentwickelt hat, war das das ungefähr zu erwartende Design-Änderungs-Ausmaß. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch, erwachsener geworden, schön kantig geworden, Hammer. Also Teller ist wunderschön, Rauchsäule ist geil, nicht zu klobig, die Base wurde wunderschön überarbeitet, die Bowls von der 4er passen drunter. Wie gesagt, ich habe meine Kritikpunkte, aber unterm Strich, finde ich, ist es eine geile Pfeife. Zu 100 Prozent. Und wenn ich die dann zum Beispiel so rauche, dass es für mich passt, kurzes Tauchrohr, Diffusor, das Durchzugsfeature habe ich jetzt nicht verbaut, dann aber den Molassefänger in dem Tellerschliff noch mit drin, ist das für mich ein geiles Ding. Ja. Gut, das war basically schon eine Edition 5 Review, ne? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, kann ich so raus, schon können wir so nennen, können wir einfach so nennen. Noch Cinematics davor, Abfahrt. Gut, das ist aber nicht die einzige Pfeife, die rauskam. Genau. Jetzt das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil. Wir haben einfach keine Feature, kein einziges, außer geisteskranches Design. Die Emotion Flashbang. Emotion Flashbang. Sehr, 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 sehr geisteskranke Pfeife, wo ich am Anfang nicht wusste, was ich davon halten soll. Also ich hab von Moritz schon sehr, sehr früh ein erstes Bild geschickt bekommen und ich hab's so angeguckt und dachte so, okay, sieht crazy aus. Was hast du genommen, als dir die Pfeife eingefallen ist? Hab ich mir gedacht. Ja, ja. Da hat einer wirklich zu viel CS gezockt. Moritz zockt nicht mal CS. Nicht? Und dann bringt er die Pfeife raus? Ja. Weißt du, weißt du, wann er die Pfeife entwickelt hat? Der hatte Corona. Der war einfach langweilig. Der hat sich daheim gelangweilt und was macht der Moritz? Ich mach schon eine neue Pfeife. Und dann hat er die Flashbang gemacht. Natürlich nicht in den zwei Wochen Corona, aber da kam ihm die Idee, da hat er angefangen und dann hat er durchgezogen. Und dann haben wir die Flashbang bekommen. Eine Pfeife, die, wie gesagt, von ihren technischen Stats null überzeugen kann. 170 Euro für eine Pfeife, die keine Feature hat, die eine Pomme-Base hat, die größtenteils auch aus Pommen besteht, die inneren Teile dann natürlich Edelstahl. Durch die Pomme-Base müssen wir auch wieder Tauchrohr und Rauchsäule miteinander verschrauben. Das heißt, in Pomme an sich sind keine Gewinde, was was Gutes ist. Das Schlechte ist, wenn du sie auseinander nimmst, können dir direkt die Kugeln rausfallen. Aber trotzdem, am Ende des Tages, ich liebe diese Pfeife. Die läuft bei mir so viel. Die Flashbang ist auch eine super schwierige Pfeife, finde ich, weil mich fragen Leute, soll ich mir die Flashbang holen für 170 Euro? Und ich persönlich sitze dann da und denke so, ich finde die brutal. Am Ende des Tages ist die Flashbang aber eine Pfeife, die muss dich einfach vom Design her und vom Blow-Off, der geisteskrank aussieht, die muss dich einfach überzeugen, dann würde ich sagen, kauf sie dir. Ansonsten hat die Pfeife kein USP. Und das ist so ein bisschen Unique Selling Point. Genau. Und das ist so ein bisschen der Kompromiss, würde ich sagen, bei der Flashbang. So Rauchverhalten, super easy, super gut. Schöner Durchzug, leichter Blow-Off, alles geil. Ich sage dir auch, so wie es ist, ich glaube, die Fünfer und die Flashbang sind momentan die Pfeifen, die ich nur rauche zu Hause. Du siehst ja, was bei mir gerade so in der Rotation ist. Ja genau. Aber das sind so die beiden Pfeifen, die ich abwechselnd rauche. Und das sind halt auch so diese, wie du es gerade schon gesagt hast, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, die uns beide doch auf ihre Art und Weise befriedigen, weil es einfach geile Produkte sind. Ich muss sagen, das zeigt auch irgendwie sehr schön die aktuelle Situation vom Shisha-Markt und auch, was die Leute so sagen und denken. Weil, dann kommt die Edition 5 raus und alle sind so, habe ich geschmutzt, dass sie nicht fliegen kann. Die Feature überzeugen mich nicht. Emotion auf der anderen Seite bringt die Flashbang, die literally keine Feature hat und alle so, boah geil, boah ey, guck mal was sein Shisha, ja, guck mal ey. Und ich denke mir so, hä? Ja. Du dummkopf, du hast dich gerade beschwert, die Aeon hat nicht genug Feature, ziehst dir dann aber eine Flashbang. Weißt du überhaupt selbst, was du willst oder ist das einfach nur ein Lottospiel? Ja, genau das ist es halt. Weißt du, keine Feature. Also wirklich, das Aushängeschild an dieser Pfeife, wenn man jetzt das Design mal außen voll ist, ist ja eigentlich, wir haben einen magnetischen Schlauchanschluss. Evolution, Digger. Aber trotzdem ist sie so geil. Und halt der krasse Blow-Off. Also der Blow-Off ist so. Digger, wir haben wirklich viele Pfeifen, die coole Blow-Offs haben. Natürlich haben wir viele Pfeifen. Der ist auch wunderschön, aber du kannst mir nicht erzählen, dass das ein Punkt ist, wo du denkst, that is it. That is it, Alex. Ja, aber es gibt halt sonst keinen Punkt. Ja, I know. Das ist ja das Ding. Aber das ist ja auch genau mein Punkt. ich weiß. Dass die Leute sagen, also da hätte ich mir wirklich mehr Feature gewünscht, aber hey, Flashback. Ui, ui, hat is it. Hat is it. Das ist halt auch wieder diese Erwartungshaltung, die du halt bei den Leuten erzeugst oder die Marken bei den Leuten erzeugt haben, wofür die Marken halt einfach stehen. Emotion steht nicht für, wir packen 30.000 Features in eine Pfeife rein und überzeugen einfach durch Technik, sondern wir bringen einfach schöne Pfeife mit einem guten Raufverhalten. Ja, und das ist ja genau das, wofür ich Emotion auch festmachen würde. Guckst du dir die Future an, guckst du dir die Flashback an. Roam auch. Ja, dann guckst du dir noch eine super krasse Travelpfeife an mit einem krassen Plow auf einen coolen Raufverhalten. Das ist einfach Emotion. Ja, so ein bisschen Back to Basics mit einem sehr ausgefeilten Design. Genau, und ihren sowie Stimulation sind einfach die beiden Marken, von denen man Funktionalität, Technische Innovation. Genau, Technische Innovation in dem Markt erwartet. Ja. Und das ist halt so ein bisschen... Das Problem ist aber, dass Shishas an sich sehr innovations stumpf sind. Ja. Weil am Ende des Tages ist das ein fettes Rohr, was einmal durch Wasser geht und oben kannst du den Kopf draufstecken und machst du ein bisschen Wasser rein. Das ist eine Pfeife, Digga. Ja, genau. Das ist eine Pfeife. Also du kannst dir mit einfachsten Haushaltsmitteln und einer Flasche, einer PET-Flasche, kannst du dir eine Pfeife bauen. Ja. Und dann zu sagen, wir müssen da Feature reinpacken, ist halt so ein bisschen... Ja, aber genau das ist ja der Punkt, wo ich sagen würde, deshalb sind Stimulation Aeon so groß geworden. Weil die es einfach geschafft haben, diese Funktionen, wo du vorher nicht wusstest, dass du sie haben willst, einfach gebracht haben und danach willst du sie haben in der Pfeife. Ja. Und das... Aber trotzdem liebe ich diese Doppelmoral von den Leuten. So hundertprozentig, ja. Ich kann es nicht oft genug sagen, so Aeon hat nicht so genug Feature, da fehlt mir was. Flashbang, geil. Geil. Aber ich bin hier... Also ich meckere nicht rum. Also ich kritisiere, wie die Feature funktionieren, die Aeon sich überlegt hat, die in die Edition 5 rein müssen. Das ist am Ende mein Job. Gucke Pfeife, sage was gut, was nicht so gut. Aber die Flashbang, ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass wir wirklich so eine Back-to-Basics-Welle haben, was die Funktionalität geht. Einfach ein gutes Rauchverhalten, darum geht es am Ende des Tages. Eine gute Verarbeitung, sodass du die Pfeife schön lange hält und das hat die Flashbang. Das Rauchverhalten hat sie auch. Sie ist schön offen, sie hat einen leichtgängigen Blow-Off, sie hat einen schönen Blow-Off, sie hat ein wundervolles Rauchverhalten overall und das kombiniert mit einem ausgefallenen, sehr geilen Design. Für mich persönlich gewinnt diese Pfeife auch bis jetzt den Design Award 2023. Hundertprozent. Und ich bin gespannt, was Emotion noch macht und ich bin gespannt, ob sich da ein paar Leute von inspirieren lassen. Zum Beispiel gab es auch noch ein paar neue The Hooker-Pfeifen auf der Messe. Hab ich gesehen, ja. Die Joker, die Venom und die Terminator. Genau. Hast du dir die mal angeguckt? Ich hab die Terminator gesehen, ja. Hast du die mal hochgehoben? Nee. Also was The Hooker an Improvement im Quality gemacht hat, geisteskrank. Ah, okay. Absolut geisteskrank. Die ist gottlos massiv, Rauchverhalten ist sehr nice. Zum Beispiel, das ist, das ist, wie ich mir wünsche, wie man mit Marken zusammenarbeitet. Ich krieg diese Pfeife, ich seh so, Diffusor ist unten zu und ich würd mir noch einen Steckball-Adapter wünschen, weil die würde da drauf passen. Was macht The Hooker? Express ins Werk reingeballert, Diffusor muss unten auf und wir machen noch einen Steckball-Adapter. Boom. Kannst du dir für 10 oder 15 Euro Nachrüstzeit kaufen. Ach krass. Diffusor ist jetzt unten offen. Ja, mega gut. Mega gut. Und da würde ich mir fast wünschen, dass Marken sagen, hey Maff, oder generell, muss ja nicht ich sein, aber halt, ich sag mal, Leute, die sich sehr, sehr viel mit dem Shisha-Thema befassen und das sind Blogger halt meistens, ne, dass man denen einfach sagt, ich hätte hier dieses Produkt, Alex, guck dir das doch mal an und sag mal, was du davon hältst. Ja, zu 100 Prozent. Machen ja auch schon viele Marken. Echt? Wer? Ich zum Beispiel habe jetzt momentan einen Edelstall-Onmo bei mir zu Hause. Okay, pfeifen? Ne, genau, pfeife halt jetzt. Wer? Hä? Wann mach ich da? Wir haben Geister. 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 Ne, pfeifen nicht, hast recht. Ja. Niemand. Ja. Niemand. Finde ich schade. Das stimmt. Naja, aber es wäre halt wirklich eine einfache Maßnahme, um so, so, in Anführungszeichen, so Beta-Tests zu machen, weil ich denke mal, gerade wenn du so eine außenstehende Meinung hast von Leuten, die Ahnung von der Materie haben und halt auch wirklich sehr, sehr viele Produkte schon getestet haben, wäre es halt einfach schlau, weil du einfach mal aus deinem Kosmos mal rausgehst und andere Meinungen kriegst. Ob die jetzt hilfreich sind oder nicht, ist eine andere Frage. Hinsichtlich dessen, wenn wir sagen würden, ja, der Modestfänger wäre cool, wenn der einfach ein bisschen mehr Erfassungsvolumen hat. Natürlich, sagt dann vielleicht, Ian ist begrenzt durch die Größe des Schliffadapters, aber trotzdem wäre es eine sehr, sehr coole Maßnahme. Safe. Gut, Flashback. Bisschen geflasht, ne? Ja. Ist nicht eher eine Smoke-Cronade? Das ist die einzige Kritik, die ich online gelesen habe, aber ich denke mir so, ist das nicht ehrlich gesagt scheißegal? Scheißegal. Also, wenn dein größter Kritikpunkt an der Pfeife der Name ist, dann haben die wohl alles richtig gemacht. Also dann, who cares? Ja, also Hooker bin ich noch sehr, sehr positiv überrascht von und ich weiß nicht, was haben wir sonst an Pfeifen? Die Future konnten sich viele mal angucken, die Ultimate konnten sich viele mal angucken, aber über die Ultimate haben wir in der letzten Folge geredet, die dann auch schon raus ist, wenn die Folge kommt. Future hatten wir auch schon. Future hatten wir auch schon. Ich glaube, das... Der Nevo? Ja, das wäre jetzt das nächste Thema, wo ich draufgesprungen werde. Dann lass uns noch kurz den Nevo machen und dann sind wir auch schon fast bei zwei Stunden und mein Kopf ist auch durch. Ja, wir sind schon bei Stunde 40. Wir haben ganz schön viel gelabert. Wir haben ganz schön viel gelabert, ja. Ja, aber wir haben halt auch viel zum Labern. Das stimmt. Zum Glück. Nevo. Nevo. Hast du getestet? Nur ganz, ganz kurz leider. Ja. Ich habe die Variante auf der Messe auch nur ganz kurz getestet, aber hatte davor ja einen längeren Testlauf bei den Jungs im Office gehabt. Anscheinend wurden mal leicht was verändert, habe ich jetzt beim kurzen Test nicht gemerkt. Ich persönlich bin extrem hyped auf den Nevo. Ich habe richtig Bock drauf, weil ich glaube, die Leute können sich gar nicht dieses Ausmaß vorstellen, wie anders dein Kopf... Was ist denn der Nevo? Ach so. Das ist ein elektrischer HMD. für deinen Kopf. Das heißt, du hast keine Kohle mehr im HMD, sondern elektrische Heizspiralen, die per Stromanschluss versorgt werden. Genau. Oder mit Akku. Ja, Akku soll auch kommen. Genau. Ist übrigens auch schon vorbestellbar für 250 Euro. Genau. Leider gehen die Codes nicht wirklich. Man kann die mit eingeben, aber der Preis für den Schlauch wird dir trotzdem berechnet. Okay. Ja. Also falls jemand Hardcore supporten möchte, ihr könnt die Codes mit eingeben, ihr müsst aber den Schlauch, den kriegt ihr normal, statt 9 Euro kostenlos dazu, müsst ihr mitbezahlen. Müsst ihr wissen. Sei nur gesagt an der Stelle. Erstmal zum Preis, weil dann komme ich gleich nochmal zum Thema. Finde ich völlig akzeptabel. Also, ich wurde auch des Öfteren auch von den Jungs selber, von Ihren Jungs und von Nevo Jungs gefragt, würdest du den kaufen? Ich persönlich, gerade nach dem Test, würde sagen, zu 100 Prozent. Gib mir drei Stück. So, das war meine Aussage, weil, wieder zurück zum Punkt, wenn ihr den nicht getestet habt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was einen riesigen Unterschied die Kohle da drin macht, obwohl ihr denkt, die Kohle, ich schmecke nichts nach Kohle. Aber es ist geisteskrank. Gerade so, ich wusste nicht, wie so ein Pinkman schmeckt. Wie so ein Kiwi-Smoothie schmeckt. Das war für mich ein richtiger Brandfuck, als wir die Köpfe geraucht haben. Es ist, als ob du die ganze Zeit so einen Schleier vor deinem Fernseher hattest und dann nimmst du den hoch und auf einmal siehst du zum ersten Mal richtig Farben. Und genau so ist das mit einem E-HMD. Wenn du rauchst, der Geschmack kommt ganz anders rüber. Das Beispiel mit diesem Schleier vom Fernseher ist wahrscheinlich der beste Weg, wie man das beschreiben kann. Man kann nur sagen, müsst ihr selbst testen. Ich habe von extrem vielen Leuten gehört, die es auf der Messe getestet haben und dann komplett mindblown waren. Ich habe ja schon den Hukamonk hier zu Hause, aber der ist halt schlechter und teurer. Muss man jetzt am Ende, wo ich die Version auf der Messe vom Nevo getestet habe, einfach so sagen. Der Nevo ist am Ende des Tages ein normaler HMD, der auf alle eure normalen Köpfe draufpasst. Hukamonk ist ein Komplettset und kostet aktuell noch über 1000 Euro. Also die müssen da jetzt auf jeden Fall nachgehen. Gar nicht drüber geredet, ne? Über den Hukamonk? Ja und allgemein deinen Prag-Trip. Stimmt. Müssen wir in der nächsten Folge machen. Aber nächste Folge ist doch Messe behind the scenes. Scheiße. Du hast Prag einfach skippen. Ja. Da kommt dann der Vlog. Ja. Da arbeitet Bastik gerade. Kommt dann wirklich nicht wieder nicht wieder Russland. Nächste Folge mache ich allein weiter. Das hast du schon viel zu oft gesagt. Irgendwann wird es wahr. Pass auf. Sitze daheim und dann ploppt auf deinem Handy auf neue Folge ShishaCast. Heute ohne Alex. Das wäre schade. Gut, Nevo. Ja, also man kann das nicht beschreiben. Es ist einfach nur geisteskrank. Du schmeckst zum ersten Mal deinen Tabak gefühlt. Es ist wie dieser Schleier, der sich hebt und auf einmal bist du so finally kann ich sehen, schmecken, fühlen, riechen. Es ist mein Blowing. 250 Euro ist natürlich eine krasse Stange Geld. Kann man nicht anders sagen. Wenn du dir aber überlegst, dass das Ding, ich glaube, 10.000 Stunden laufen soll, dann hast du Kohle gespart. Also Kohle und Kohle, Kohle und Geld hast du gespart. Und die Stromkosten von dem Ding, während das läuft, sind weniger als ein Kohleanzündprozess kosten würde an Geld. Also auch das ist kein Argument. 250 Euro dafür, dass der Timo, so heißt der Typ hinter Nevo, schon, ich glaube, mittlerweile über fünf Jahre da dran arbeitet, das Aeon jetzt mit dabei ist, wenn du dir überlegst, wie viele Testkosten der Mann gehabt haben muss. Ich finde es okay. Also es ist leider nicht wenig Geld, aber das sind jetzt auch die ersten Sachen, die in die Richtung rauskommen. Die Early Adopter zahlen immer am meisten. Hoffentlich wird es auf lange Sicht noch ein bisschen günstiger, aber am Ende des Tages steckt da halt auch ein bisschen mehr Technik drin als im normalen HMD. Da steckt sehr viel Entwicklungszeit drin, da steht sehr viel Herzblut drin. Der Timo ist da wirklich Feuer und Flamme für das Thema. oder eigentlich Strom und Spannung. Oder so. Ja. Das ist krass. Ich bin absolut hyped. Ich freue mich, dass endlich der erste E-HMD, der für den Massenmarkt gedacht ist, rauskommt. Und einfach auf jedes Zettel passt. Das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, mega. Alles andere irrelevant. Ja. Hätte der Hooker Monk, ich war vorher noch ein bisschen mehr beim Hooker Monk, muss ich sagen, das war aber verglichen mit älteren Prototypen vom Nevo, die ich kannte, weil ich da einfach sagen musste, da funktioniert der Hooker Monk einfach besser. Und dann könnte ich das auch in Kauf nehmen, dass das eben nicht überall drauf passt, wenn es dann wenigstens perfekt funktioniert. Es hat nicht perfekt funktioniert, aber es hat besser funktioniert als der Nevo. Aber die aktuelle Variante vom Nevo gewinnt nicht nur bei Leistung, sondern eben auch bei Kompatibilität. Ja. Und deshalb gewinnt der Overall. Und ich muss auch sagen, ich habe am Anfang sogar ein bisschen Angst gehabt, dass er noch teurer wird. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr happy mit dem Preis, der jetzt angesetzt wird. Also Sie haben ja immer gesagt, so zwischen 200 und 300 Euro und es hätte mich auch nicht gewundert, wenn Sie dann sagen würden, ja, Teile sind teuer, Energiekosten steigen, wir mussten da sehr, sehr lange dran rumtüfteln. Der muss jetzt leider 350 Euro kosten. Ich finde 250 echt okay. Das wäre nämlich auch so meine Exception gewesen. Wo ich gefragt wurde, habe ich gesagt, weil wir haben nicht erst direkt verraten, wie viel er kostet, sondern ich wurde gefragt, also wie viel denkst du, kostet er denn? Da habe ich gesagt, 350, so um den Dreh, 300 bis 250. Und da war ich sehr, sehr happy, als Sie gesagt haben, 250. Also ich bin auch eher positiv vom Preis überrascht, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass es wenig Geld ist. Ja. Für das, was es ist, sind 250 Euro, denke ich, in Ordnung. Ja, würde ich auch sagen. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge in Ordnung. Ja, sehr, sehr schöne Überleitung mal wieder. So ist das. Freunde, kurz fürs Zuhören bei ShishaCast Episode 44. Schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr so lange am Start wart. Und dann bis bald. Bis bald. Bis zur nächsten Folge ohne Alex. Perfekt, danke dir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.